Ja, nee, pass auf, wenn es darüber nicht hinausgeht, sechs Monate lang, dann wird es schwierig. Und wenn dann am Ende du rauskommst mit, naja, ich weiß jetzt über Word genauso viel wie vorher. Uns ist dann halt aufgefallen, dass von den großen linken Accounts gar nichts kommt. Und dann kamen so verhaltene, komische Kritiken von so bekannten großen linken Accounts. Also sowas wie, warum nennt ihr euch denn armutsbetroffen? Warum sagt ihr nicht einfach, dass ihr arm seid? So, das ist dann eine Form von Sklaverei. Man hat sie daran gehindert, wieder zu gehen, weil man ihnen alles weggenommen hat, womit sie hätten gehen können. Und sie da eingesperrt hat in solche komischen Hütten. Und dann war die einzige Option, arbeite für uns oder verreck halt. Wenn so aktiv gefrontet wird, dass man jetzt unbedingt überall, was weiß ich, genderneutrale Sprache verwendet und dann aber trotzdem nichts an den Produktionsverhältnissen ändert. Also das ist einfach, das ist ein Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis, was nichts kostet. Und die ganze rechte Bubble, also da ging es irgendwie auch wieder um Zugangsvoraussetzungen und so weiter. Und das ist, dass halt zu wenige Leute irgendwie aufsteigen und so weiter. Wie ist das? Und was hat die rechte Bubble gemacht? Ja, bei Armen ist ja auch der IQ niedriger. Guten Abend, Dave. Hallo. Du sagst von dir selbst, du bist armutsbetroffen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das sieht gar nicht so aus. Ja, ich habe noch alle Zähne. Zum Beispiel, ja. Also ich kenne wirklich Leute, bei denen ist das Standard. Der hier, der andere Seite, der fehlt. Ja. Der fällt irgendwann aus und dann macht man denen nicht nochmal nach. Ne, ich habe noch alle Zähne und ich glaube, ich kann mich auch ganz okay ausdrücken und so weiter. Also die Dinge, die man erwartet von Armutsbetroffenen, die erfülle ich nicht, aber die erfüllen auch ganz viele andere Menschen nicht. Denn Armut in Deutschland und generell in westlichen Industrieländern ist weitestgehend unsichtbar. Das ist ein ganz großer Trick, der da gelungen ist. Wenn du, keine Ahnung, irgendwo beim Rewe in der Schlange stehst und vor dir steht jemand mit Jeans und T-Shirt, wirst du wahrscheinlich auch nicht schauen, ob diese Jeans jetzt gerade von Kick ist und zwei Euro gekostet hat. Oder ob die, weiß ich nicht, 40 Euro bei was weiß ich welcher Marke gekostet hat. Man sieht das nicht. Ich habe ja persönlich nur sechsmal dieselbe, also die gleiche Bundeswehrhose. Also ab und zu kaufe ich eine neue, wenn eine kaputt geht. Aber im Prinzip, seitdem ich 18 bin oder so, ist es immer dieselbe Hose. Also die gleiche. So und ich nehme an, du kommst aus, lebst im Westen, richtig? Genau, in Nordrhein-Westfalen. Und was? Warst du schon immer arm? Nein. Tatsächlich komme ich eigentlich aus einer klassischen bürgerlichen Familie. Mein Vater war freiberuflicher Journalist. Er hat sehr viel Geld verdient zu Hochzeiten und uns ging es also wirklich gut. Wir hatten auch über eine Zeit ein Haus und später eine große Altbauwohnung und zwei Autos und so weiter. Und mein Vater hat sich irgendwann entschieden, da war ich so um die 17, 18, ich weiß es nicht mehr wirklich auf den Tag genau, dass er jetzt mal abhaut und das Vermögen mitnimmt. Und dann war er weg und ist nach Rumänien gegangen. Okay, also der Patriarch hat das Haus verlassen und dann war nichts mehr da. Genau, meine Mutter war, Patriarch trifft es gut, meine Mutter war 20 Jahre Hausfrau. Genau. Okay. Ja, die war überfordert auch völlig mit der Situation, die kam, also ohne, dass ich das jetzt vorwurfsvoll weine, aber das war halt einfach so. Ja, das sind tatsächlich Storys, die man eher im Westen kennt. Also im Osten war es ja so, die Frauen waren ja ange... Die sollten ja arbeiten gehen und sollten selber klarkommen. Deswegen habe ich einen Haufen Kumpels auch in meinem Jahrgang und ich selber auch, wo die Mutter alleinerziehend war und das war überhaupt kein Ding. Ja, das wurde denen sozusagen eher vom System suggeriert hier, wenn dein Mann scheiße ist, dann verlass ihn doch einfach, ist gar nicht schlimm. Wir sorgen dafür, dass du auch klarkommst. Das hat ein paar Nachteile, zum Beispiel, dass du in so einer DDR-typischen DDR-Situation manchmal, also der Extremwert ist, dass die ihre Kinder manchmal mit zwei Wochen schon in die Krippe geworfen haben. Ja, ich weiß. Das heißt, da gibt es dann kein Bonding, ne? Das ist scheiße, aber naja. Ja, also wenn man sich jetzt mal Gedanken macht über irgendeine Lösung für solche Probleme, dann kann man ja, könnte man sich ja theoretisch irgendwo in der Mitte treffen. Also es war ja nicht alles furchtbar, was aus der DDR kam. Aber das ist ja auch schon wieder ein rotes Tuch hier im Westen. Das waren ja die bösen Sozialisten. Ja, 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 SED und so. Wenn ihr was Miauen hört, ist das meine Katze. Ja, also Katzen, Katzenmiauen, das ist bekannt. Ich weiß. Wenn du, also war das komplett mit so einer Ehe? Da müsste man doch eigentlich juristisch dann irgendwie, also was machen? Ja, also damals hat man, meine Mutter ist dann natürlich zu einem Anwalt gegangen und der hat gesagt, naja, wenn der jetzt in Rumänien sitzt, kommen wir nicht an den ran. Und er ist dann Jahre, viele, viele, viele Jahre später wieder in Deutschland gewesen. Und dann gab es auch eine Scheidung und da hat er sich halt sehr geschickt arm gerechnet vor Gericht. Also er hat immer so getan, als hätte er auch nicht mehr als über Hartz IV. Heißt, er musste das Vermögen entweder krass verprasst haben im Laufe der Jahre oder er hat da sehr geschickt. Er hat jetzt irgendwo investiert halt in Rumänien. Naja, genau. Warum jetzt Rumänien? Was ist da los? Das weiß ich gar nicht, warum Rumänien die Entscheidung war. Also ich habe auch tatsächlich, für mich war dieser Bruch, für mich war dieser Bruch richtig, richtig krass. Ich habe auch im Gegensatz zu meiner Schwester dem ab einem bestimmten Punkt kein Stück mehr nachgetrauert. Ich habe auch nicht irgendwie recherchiert, was mit dem ist oder was der jetzt macht. Oder meine Schwester erzählt mir immer nochmal alle halbe Jahr, ja, der macht jetzt dies und das. Der sitzt jetzt da in so einer Stiftung und blablab, irgendwie sowas. Aber ich habe das nicht weiter verfolgt, weil für mein mentales Wohlbefinden war es einfach besser, mich mit diesem Menschen nicht mehr zu beschäftigen. Da habe ich es ein bisschen leichter. Meine Mutter hat mich aufgezogen mit dem Wissen, dass es da irgendwo einen Erzeuger gibt und ich wollte es aber nie wissen. Und sie hat mich so alle fünf Jahre mal gefragt, ob ich es wissen wollte. Und so mit, weiß gar nicht, so mit 33, 34 habe ich sie mal gefragt. Und jetzt kannst du doch mal erzählen, erzähl doch mal die Geschichte. Aber da war ich dann sozusagen schon fertig gebacken und hatte überhaupt kein, also kein Ding. Jetzt war das für mich kein Problem. Und vorher hat es mich halt auch wirklich nicht interessiert. So, und du warst 18, sagst du? Ja, um den Dreh. Also ich kam, als der gegangen ist, war ich gerade mit meiner Bundeswehrzeit gerade fertig. Ich war einer der Letzten, die noch Wehrpflicht gemacht haben. Ja, ich habe Zivi gemacht. Ja, ich hätte es auch mal lieber Zivi machen sollen. Weil im Nachhinein habe ich festgestellt, bei der Bundeswehr, du lernst ja nichts da in diesen neun Monaten. Du lernst vielleicht mal fegen. Ja, und keine Ahnung, wie man gut Bettwäsche faltet und sowas. Ja, genau. Also ganz ehrlich, ich habe die drei Monate Wehrpflicht, die waren ganz witzig, muss ich sagen. Weil da erlebst du ja ganz coole Sachen so mit diesen Außenübungen und so. Ja, du liegst im Wald rum und so. Ja, ja. Gerade für mich als Stabkind. Und danach haben wir sechs Monate lang auf meiner Xbox gezockt und haben quasi die Zeit verzockt. Mehr haben wir nicht gemacht. Na klar. Das war die Wehrpflicht. So, hier, vielleicht sieht man es. Katze auf dem Schoß. Ne, Ludwig? Ja, also ganz ehrlich, deswegen bin ich auch so überrascht darüber, dass jetzt immer mal wieder jedes halbe Jahr oder so diese Wehrpflichtdebatte wieder hochkommt. Und man so tut, als sei das irgendwie was total Wertvolles gewesen. No, es war nichts Wertvolles. Ja, also für die Zivis tut es mir echt leid, weil die ganzen Einrichtungen, die ich so kenne, die damals auf Zivis gezählt haben, die mussten dann alle umsatteln. Die mussten dann irgendwelche Dienstleister in Anspruch nehmen jetzt dann. Ja. Auch so, also ich habe zum Beispiel in einem Frauenhaus gemacht, die mussten sich dann irgendwelche Securities-Skinheads kaufen. Hm. Ja. Und vorher waren die Betreuer, das waren ja alles irgendwelche Damen, Sachbearbeiter, Frauen aus dem Amt quasi. Die hatten immer gut Abends-Nachtschicht und so mit den jungen Kerlen, die da irgendwie TV machen. Es war immer witzig, wir haben immer viel gequatscht und so. Und ich war dann mal, ich habe die später mal nochmal besucht und mal gefragt, wie es jetzt läuft und so. Und sie meinten, das ist furchtbar, mit diesen Security-Typen kann man überhaupt nicht reden und so. Das ist ganz schlecht. Ja, generell, generell. Und die ganze, sozusagen der ganze, also erstmal, ich fand das immer eine Win-Win-Situation. Die Leute, die irgendwie aus der Schule kommen, machen erstmal irgendwas Soziales, das ist erstmal nicht verkehrt. Man kriegt auch ein bisschen Kohle dafür und so. Und irgendwie wachsen daran alle. Grundsätzlich, ja. Also es war generell, diese Beendigung oder das Aussetzen der Wehrpflicht und damit auch das Aussetzen dieser Zivildienste hat ja gerade in den sozialen Berufen große Löcher reingerissen. Und wir haben ja in den letzten, weiß ich nicht, wie lange ist das jetzt her, dass das zugemacht wurde? Die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre? Ich weiß es nicht um den Dreh. Okay, wir haben auf jeden Fall gesehen, dass diese ganzen privat geführten Unternehmen gar nicht bereit sind, diese Löcher irgendwie anders zu stopfen. Also mit Leuten, die sie, die dann ernsthaft qualifiziert dafür eingestellt werden müssen. Sondern man hat gerade in der Pflege zum Beispiel das gesehen, dass jetzt einfach die Pflegerin ohne den Zivil klarkommen muss. Und dann macht sie halt den Nachtdienst mal alleine. Und das ist halt ein massives Problem. Und da sind wir aber schon ganz tief in dieser Konkurrenzlogik unseres Wirtschaftssystems, dass sich alles auf dem Markt erstmal beweisen muss. Sogar die Dinge, die für die soziale Teilhabe relevant sind. Und da kriege ich schon wieder Plack, wenn ich nur daran denke. Es ist einfach furchtbar. Aber einfach, da muss man einfach, also wenn wir keine Zivis mehr haben, muss man halt da Geld reinbuttern, dass die sich Personal leisten können. So einfach ist das. Und klar, man kann jetzt über diese, man kann jetzt darüber reden, man spricht ja jetzt wieder über so ein Pflichtjahr und so. Das kommt ja alle paar Monate mal wieder hoch, diese Diskussion. Grundsätzlich finde ich das auch nicht verkehrt. Aber ich habe immer die Angst, dass die Intention dafür sein kann, das kam ja von der SPD zuletzt, dass man einfach wieder in diese prekären Bereiche einfach billige Arbeitskräfte reinspülen will. Ja. So, damit man wieder diesen Zustand hat, dass Pflegerin Hildegard in der Nachtschicht eben nicht alleine ist, weil der Zivi noch da ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der Zivi so eine Nachtschicht machen dürfte. Er findet jetzt hier einfach irgendwelche Szenarien. Also ich habe Nachtschichten gemacht. Ich habe Schichtschichten gearbeitet, ja. Aber wie gesagt, das war ein Traunhaus, da war ich eher Fürthner. Aber ja. Aber klar, natürlich kann ein junger Mensch daran wachsen, das würde ich auch nicht abstreiten, genauso wenig wie das in diesen Strukturen, wie sie gerade vorherrschen, diese ganzen Einrichtungen davon natürlich profitieren würden. Und damit meine ich jetzt nicht nur in dem Sinne, dass sie sich Fachkräfte sparen müssen. Stefan Schulz hat mal vorgeschlagen, dass die Alten doch irgendwie mal wieder angesetzt werden sollten, für irgendwelche Sachen, die sie halt hinkriegen. Zum Beispiel auch, was weiß ich, sowas wie Kindertagesbetreuung oder so. Dass man da immer mal noch einen Opa oder so hinsetzt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz langes Thema schon im Aufwachen-Podcast immer wieder gewesen. Und Stefan Schulz sagt, finde ich auch dann sehr richtig, er sagt, naja gut, wenn so ein Pflichtjahr kommt, dann eben nicht nur für die 18-Jährigen, sondern auch für die, die jetzt gerade in Rente gegangen sind. Na vor allem, weil die 18-Jährigen ja eigentlich dann in dem Sinne noch irgendwie, die werden eh gebraucht wegen der Demografie. Das weiß ja Stefan Schulz gerade als Allerbester. Am besten, ja. Und dann, ja gut, dann halt die Alten, ne? Ja, klar, ne? Aber ist ja logisch, dass die CDU das niemals fördern würde. Naja, weil ich jetzt neulich schon überrascht war, dass sie diese Erbschaftssteuer, zwar in Form einer Flat Tax oder so, aber dass sie das überhaupt in ihr Programm aufgenommen haben, da war ich schon überrascht. Man darf bei der CDU, generell bei Konservativen, nie die Wendehalsigkeit unterschätzen, wenn sie glauben, dass eine Mehrheit der Wähler irgendwas will. Natürlich, natürlich. Also, dass das die reinen Opportunisten sind, ist auch klar. Die haben keine feste Ideologie, das ändert sich. Ja, also zumindest nicht, die haben eine feste Ideologie, aber die haben keine, die ihnen bestimmte Handlungsmuster vorschreibt, die sie umsetzen müssen oder nicht umsetzen müssen. Die haben schon eine Ideologie, die glauben an diese hierarchische Gesellschaftsordnung, die durch Ungleichheit hergestellt wird. Genau, und sie wollen den Wettbewerb gewinnen und das tun sie mit allem. Ja, genau. Und deswegen, diese Wendehalsigkeit hat bei Konservativen ja Tradition seit Bismarck. Der hat ja das erste bekannte Beispiel, wo er so richtig linke Projekte übernommen hat und den Sozialstaat etabliert hat, einfach damit auch... Damit nichts kollabiert halt. Ja, 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 vor allem damit nichts kollabiert, weil der Mann war, auch wenn er ein Konservativer war, der war halt sehr klug, der hat verstanden, dass er da auf eine problematische Gesellschaftsstruktur hinsteuert, wenn irgendwie 80 Prozent der Gesellschaft nur wissen, wie man einen Hebel zieht. Ja, so. Und der hat das dann natürlich auch noch strategisch genutzt und hat dann quasi der SPD und den anderen linken Gruppen dann ihre Programme sozusagen vorweggenommen. Und das macht die CDU seither immer wieder. Und jetzt holen sie sich halt die Erbschaftssteuer so als Thema und versuchen das natürlich nach ihrem Gutdünken zu besetzen. Und dann kommt halt diese Flat-Tags dabei raus, die dann am Ende halt sagt, naja, es ist keine richtig progressive Besteuerung. Ihr müsst schon Thaler abgeben. Aber so viel wird es nicht, liebe Unternehmer und so viel, liebe Erben, so viel wird es nicht. Nein, nein, keine Angst. Echt? Was ist denn der Vorschlag? Also ich habe den jetzt nur oberflächlich gesehen. Das Ding ist wohl eine, also wir kennen ja unser progressives Steuersystem. Das heißt, im Schnitt ist es ja so, je mehr du hast, desto mehr musst du quasi abgeben. Und das steigt halt prozentual, aber am Ende sollten prozentual alle in etwa dasselbe abgegeben haben. Ja, so, da gibt es tausend Ausnahmen und Sonderregelungen und dies und das, aber im Großen, im Groben funktioniert das so. Und die haben halt da eine Flat-Tags, das heißt, das Ding steigt nur in ganz kleinen Schritten an, sodass es halt am Ende nur ein Steuerchen wird für Erben. Ja, so, da wird halt, ich müsste mir das Ding nochmal im Detail angucken, aber ich hatte Martina Linatas, die hatte das schon kritisiert. Da gehe ich dann erstmal mit, immer, ja, die arbeitet ja auch am Thema soziale Ungleichheit und vor allem an dem Thema Erbschaftssteuer. Und sie hat gleich gesagt, ne, Flat-Tags, liebe Leute, das ist nix. Aber eine Flat-Tags von 20 Prozent wäre doch okay, oder? Ich tue mich da schwer mit Zahlen, ich weiß nicht, was okay ist. Also, Flat-Tags klingt für mich so, es gibt einen konstanten Prozentsatz fertig. Und du sagst jetzt, der ist gering, also nehme ich an, sowas wie ein Prozent. Das wird ganz, ja, ja, also die Union hat das ja erstmal in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen, die haben das jetzt noch nicht im Detail bearbeitet. Also, wie hoch das am Ende wird, keine Ahnung. Aber es wird halt so ein gleichbleibendes Ding bleiben, so. Und dann werden halt, dann haben wir andere Formen der Ungerechtigkeit, nämlich, dass der kleine Unternehmer, der Unternehmensanteile an seinen Sohn vererbt, am Ende prozentual schlechter dasteht als irgendwelche Familienunternehmen, wie wir sie immer nennen, ja. Die bundesdeutschen Konzerne, ja. Ja, Merk, Merk oder so. Ja, ja, das ist auch immer so ein geiles Framing, die Familienunternehmen. Das ist der Mittelstand, ne? Das ist weitestgehend Mittelstand, aber du hast halt da auch so wirklich bundesdeutsche Konzerne, also Supermarktketten und so. Und wenn ich an, also ich sag mal so, der Trick bei dem Framing ist ja, wenn ich an Familienunternehmen denke, dann denke ich an die, an den Kiosk bei mir ums Eck. Da arbeitet der Ehemann, die Ehefrau und die beiden Kinder und ich glaube, die haben eine Angestellte oder so. Und das ist für mich ein Familienunternehmen, ja. Ich weiß jetzt nicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass, wenn bei DM die Frau an der Kasse, ich glaube nicht, dass die zur Familie des DM-Gründers gehört. Könnte sein, dass ich mich da irre, aber vielleicht hat er ja eine ganz große Familie. Ja, aber das ist natürlich sehr geschicktes Framing. Weil wir sollen genau dieses Bild dabei vor Augen haben, ne? Wir sollen uns vorstellen, wie der Bäcker, wo noch die Frau in der Buchhaltung hilft und die Tochter lernt auch beim Vater das Bäckerhandwerk, ne? So sollen wir uns das vorstellen. So, Dave, was ich jetzt aber eigentlich, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte, ist, wenn man es dir nicht ansieht, wie äußert sich jetzt deine Armut? Ich habe ein sehr konkretes Beispiel. Wir haben heute den 19.04. Ich habe noch, ich glaube, um die 35 Euro zur Verfügung. Weil du, was, wovon lebt du? Im Moment kriege ich Bürgergeld und ich habe heute eine Umschulung angefangen zum IT, wie heißt das, IT-Systemintegration. Und das ist ja auch alles gut. Ich habe 20 Jahre gebraucht, bis man mir endlich mal so eine Umschulung gewährt hat bei der Agentur für Arbeit. Vorher habe ich halt immer die meiste Zeit im Niedriglohn gejobbt, das heißt im Callcenter gearbeitet, weitestgehend, oder in der Gastronomie. Und diese Jobs sind halt leider alle weitestgehend so angelegt, dass du dort nicht lange bleibst. Das heißt, also gerade die Callcenter, die arbeiten schon mit einer Strategie, mit der sie Leute sich von der Agentur oder von den Jobcentern quasi in ihre Häuser spülen lassen. Wir bekommen ja alle dann so Vorschläge, so Jobvorschläge und wir sind ja auch verpflichtet, uns um Vorstellungsgespräche dann da zu bemühen, weil sonst besteht ja die Gefahr der Sanktionen im Raum. Das heißt, wir werden dann da quasi reingespült, diese Callcenter, die haben ganz geringe Anforderungen an ihre Leute und die nehmen dann quasi jeden, geben den Leuten befristete Verträge und lassen dann diese Befristung immer sehr, lassen die dann wieder auslaufen und holen sich dann die nächste Fuhre von Leuten. Manchmal holen sie sich auch dieselben Leute zwei- oder dreimal, die müssen dann so ein halbes Jahr Pause machen und dann dürfen die wieder. Ja, so einfach, weil sie so erstens sicher gehen, dass sie das Löhne nicht hochgehen, dann gehen sie sicher, dass sich keine Gewerkschaften oder so gewerkschaftliche Aufmerksamkeit darum bildet und viele Betriebe, nicht alle, die Größeren haben das, aber viele Betriebe vermeiden so auch die Gründung eines Betriebsrates und so weiter. Und ja, man muss den Leuten halt immer nur gerade so den Mindestlohn zahlen. Die meisten Callcenter werben spannenderweise übrigens damit, dass sie über Mindestlohn zahlen und wenn du danach fragst, sind das irgendwie zwei Cent mehr oder so. Das ist immer ganz witzig. Das erinnert mich an diesen Film mit dem Callcenter, mit diesem Schwarzen, der heißt Cassius Green. Wie heißt denn der Film nochmal? Kennst du den? Nee. Der ist großartig, der Film. Es ist so, also irgendwie Schwarzer vor Ort, so ein Dude ist arm und wohnt bei seinem Onkel in der Garage und macht einen Callcenter-Job und hat da irgendwie auch nicht so richtig Bock und so, aber das ist dann, in dem Callcenter kommt schon so eine coole Situation, dass er so einen alten Veteran neben sich sitzen hat, der ihm so erzählt, wie man am besten die Sales macht. Und der sagt ihm, dein Problem ist deine schwarze Stimme. Du musst eine weiße Stimme machen. Und du musst privilegiert klingen. Du musst einfach wie jemand klingen, der nicht bedürftig ist und unbedingt was verkaufen muss, sondern einfach ganz weiß klingen. Und dann geht das sozusagen, so geht dieser Film los. Und wie heißt der denn? Ich hab den letztens erst gesehen. Das Ding ist, er steigt dann auf in dieser Pyramide und kommt nach ganz oben. Und der Typ, der dieses Callcenter leitet, ist so eine Art Amazon-Mensch. Also er macht den kompletten, er macht alles. Er hat nicht nur ein Callcenter, sondern er macht alles. Er ist der perfekte Kapitalist. Und in dieser Dystopie ist es so, der hat die Vormachtstellung so weit ausgeweitet, dass er Folgendes machen kann. Er bietet den armen Menschen an. Hier, du machst einen Vertrag. Bis zu deinem Rentenalter oder bis du stirbst, bist du bei mir angestellt. Ich hab hier eine große Fabrik. Da kannst du drin wohnen. Da gibt's Zellenblöcke. Da kannst du mit deiner ganzen Familie drin wohnen. Jeder kriegt ein Bett und einen Fernseher. Dafür musst du für mich die ganze Zeit greinen im Callcenter. Und du darfst auch nicht mehr rausgehen. Und das war's. Du hast auch keinen Urlaub mehr. Du bist jetzt nur noch im Callcenter. Und weil die Leute arm sind, machen die das dann? Und jetzt ist es so, der Typ plant, manche Menschen zu färben, mutieren zu lassen. Zu so einer Art Zuchtholen-Tiere. Also, das wird dann wirklich so absurd dargestellt, dass man wirklich so merkt, okay, das ist jetzt wirklich eine Metapher dafür, dass das sozusagen Tierausbeutung ist oder so. Aber das ist völlig abgefuckt. Und es ist eigentlich auch so auf witzig gemacht, aber es ist auch irgendwie kacke. Und es ist aber ein hochgradig geiler Film. Also, der heißt, ich weiß nicht, ich komm bestimmt noch drauf. Ja, ich, du, ich google das. Der ist so. Der ist wirklich toll. Der ist wirklich richtig toll. Das klingt auf jeden Fall gut. Und da geht's auch um Klassenkampf und Streik und so. Und weil der Typ dann aber, der heißt Cash is Green, weil Cash is Green dann so erfolgreich ist und seine ganzen Kumpels hinter sich lässt, die weiter unten in der Pyramide greinen müssen, gibt's dann sozusagen auch persönliche Konflikte, weil er dann auf einmal Kohle hat ohne Ende und so. Und ja, das ist wirklich toll. Katze! Ja, ja, ja. Ja, das, das, das Ding ist, diese Metapher mit, dass er sich da irgendwie den besten Callcenter-Agent überhaupt züchten will durch irgendwie selektive, was auch immer, ja. Das, das ist, das trifft es ja sehr gut in diesen Callcentern, weil die Leute, die da bleiben, die also wirklich auch eine Vertragsverlängerung bekommen mit unbefrissten Verträgen und so, das sind dann nur die Besten, der Besten, der Besten. Und das sind dann, das sind dann, die sind dann meistens so gut, so außergewöhnlich gut, dass das Unternehmen darauf nicht mehr verzichten möchte. Sie achten aber halt auch sehr darauf, dass es halt, weiß ich nicht, pro Jahr höchstens so eine Person ist oder so, also bloß nicht zu viele, weil sonst hat man ja auf einmal eine Stammbelegschaft und dann muss man ja gucken, dass man diese Stammbelegschaft zufrieden stellt. Ja. Das war, wir hatten, das war total krass in einem der Callcenter, wir hatten diese, wir hatten, wie nennt man das denn, diese Betriebsratsversammlung da, diese, diese, wo dann einmal im Jahr alles, alle Zahlen und so vorgestellt werden und der, der Chef sich rechtfertigen muss. So. Und, ähm, der Chef wurde dann gefragt von einem dieser alten Veteranen, der sagte, hören Sie mal, ich arbeite seit 20 Jahren im Callcenter und ich kriege hier immer noch Mindestlohn. Ja. Was ist da los? Und vorher hat uns der Chef alles erzählt, wie geil die Zahlen sind und das ist nur, wir nur auf dem aufsteigenden Ast sind, das ist alles super, alles fantastisch. Und auf einmal, als hätte er den Flipchart einfach umgedreht, ging die Kurve quasi gefühlt nur noch nach unten und alles war schlecht und, oh Gott, ja. Und, ähm, aber er hat dann geendet mit, dass wir Profis, äh, ja, das alles hinkriegen werden, weil wir so toll sind und so. Also, das ist ja auch so beliebt, dieses, äh, den Leuten dann erzählen, dass sie Profis sind, weil dann, wenn sie dann widersprechen, dann würden sie ja einräumen, dass sie keine Profis sind. Ja, 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 ja. Aber gut, wir, ich, ich bin, ich hab, um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Ursprungsfrage, also ich hab ihn halt, äh, ich hab halt mein Leben lang, mein Erwachsendes Leben lang in diesem Müllregelungprekariat arbeiten müssen. Damals angefangen, bei McDonalds zu arbeiten, eben, weil mein Vater gegangen ist und weil irgendwie Geld reinkommen musste, ähm, damit wir Miete und Essen bezahlen können. Und hab dann, ähm, immer, wenn ich einen Job verloren hab, war ich immer nur wenige Wochen arbeitslos und hatte dann schon den nächsten. Und das war natürlich wieder dieselbe Kackscheiße, ob es jetzt in der Gastronomie oder im Callcenter ist, ganz egal. Einzige Ausnahme, die ganz okay war, war, ich war dreieinhalb Jahre bei Starbucks, da bin ich dann auch Schichtleiter geworden, aber die haben dann am Ende halt auch angefangen, ihre Leute zu bescheißen. Allerdings da um Aufstiegschancen. Da hat man große Versprechungen gemacht, die nicht gehalten wurden. Und, ähm, dann hat irgendwann ein District Manager, so heißen diese Regionalleiter da, äh, hat dann gesagt, naja, also, ähm, wir werden jetzt doch alles, alles extern anstellen, äh, was jetzt hier an Aufstiegschancen gibt. Und, äh, das hat dann zu einer großen Kündigungswelle geführt und auch bei mir. Ich hab dann mein Abitur nachgeholt, ähm, auch ziemlich gut, hab dann nebenbei im Callcenter gearbeitet. Das war aber nicht so schlimm, weil das war für mich dann so ein Nebenbei-Ding im Kopf, obwohl ich jeden Tag 15 Stunden unterwegs war. Aber das war okay, so. Ja. Ähm, aber hab dann nachher auch festgestellt, es ist dann auch sehr schwierig, du hast zwar ein Abitur in der Tasche, aber du bist halt trotzdem, äh, Mitte 30 zu dem Zeitpunkt. Und, äh, ja, was machst du jetzt damit? Ja, es ist, also, ich wollte dann, ich hab dann angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren, hab aber gemerkt, dass ich dieses Ding mit Arbeiten und ein Vollzeitstudium, Vollarbeiten und Abitur, das ging. Aber eine 30 Stunden Arbeit plus ein Vollzeitstudium hab ich nicht, das hab ich nicht auf die Reihe gekriegt. Ja. Ähm, weil alleine die Anwesenheitszeiten heißen da auch schon von, äh, jeden Tag etwa 15 Stunden plus, und das ist da noch nicht mit eingerechnet, das ganze Ding mit Referaten, Lernzeiten, Hausaufgaben, also nicht Hausaufgaben hier, ähm, Hausarbeiten machen und so weiter, das ist alles noch nicht drin. Ähm, und das hab ich nicht geschafft. Also, sag ich auch ganz ehrlich, da kann, da können mir jetzt auch so selbsternannte High-Performer gerne, äh, was vorwerfen, das hab ich nicht hingekriegt. Ja, das ist ja auch, äh, gerade in den Laberfächern ist es ja wirklich ein Grein. Du hast ja irgendwie Seminare ohne Ende und Hausarbeiten die ganze Zeit. Ja. Ist ja nicht eine Hausarbeit pro Semester, sondern irgendwie zwei oder vier oder so. Hm, du schreibst und schreibst und schreibst und schreibst. Ja. Und, ähm, ich schreib eigentlich gerne und ich bin, wäre auch, ich wollte eigentlich, äh, Sozialwissenschaften und Deutsch studieren, eigentlich auf Lehramt, aber, ähm, es war nicht drin. Nicht mit dieser Konstellation. Hm. Ist halt einfach so. Hm. Naja, und das ist jetzt der Grund, warum ich mein Leben lang mit Mindestlohn und phasenweise eben mit Hartz IV, Schrägstrich Arbeitslosengeld, heute dann bürgerlich, Schrägstrich Arbeitslosengeld auskommen musste, ja, ähm, und jetzt habe ich nach 20 Jahren, obwohl ich da wiederholt nachgefragt habe, das erste Mal, äh, direkt einen Berechtigungsgutschein bekommen, so nennen sie diese Bildungsgutscheine, mit denen man dann zu so einem Träger geht und dann kann man, äh, eine Umschulung machen. Aha. Und das ging, das ging, das ging außergewöhnlich unkompliziert. Normalerweise haben sie dich, vertrösten sie dich immer erst ganz lange und dann kriegst du irgendwann diese Zwangseinladung, wo dann drinsteht, wenn sie da, wenn sie zu dieser Job Einladung aber nicht hingehen, dann werden sie sanktioniert. Das klingt einfach so, als hätte der, ähm, der entsprechende Mensch, der gerade, die diese Leute braucht, die diese Fähigkeit haben, bei seinem Homeboy in der Politik angeklopft und gesagt, äh, kannst du da mal jetzt mal ein paar Leute umleiten, dass das mal jetzt mal mehr machen? Ja, also, äh, also generell, ähm, das, ich möchte, das Bürgergeld wird zu Recht super doll kritisiert, weil kein, äh, das, was, es gibt keinen ordentlichen Inflationsausgleich. Die Leute kommen mit unfassbar wenig Geld aus. Ähm, ich bin noch alleine, das heißt, ich habe keine Kinder, ich habe hier niemanden, um den ich mich kümmern muss und für mich wird es schon immer knapp. Ähm, ich, ich, ich habe mitbekommen, das Einzige, was, äh, also für mich so klang, als wäre das eine Verbesserung ist, dass sie dich nicht komplett nackig machen, wenn du schon was besitzt. Also, wenn du irgendwie, wenn du, wenn du nicht zur Miete, sondern in irgendeiner kleinen, äh, Neubaubutze, äh, die du irgendwann mal abgestottert hast, mit ein paar tausend Kohle, irgendwie damals, was weiß ich, hier im Osten hat vielleicht so ein Ding damals 40.000 Euro gekostet oder so, wenn du sowas hast, dann wird dir das nicht unter, äh, wird dir das nicht unter dem Arsch weggesaugt vom, äh, vom Amt oder, was weiß ich, deine Karre oder so, ne? Genau, diese, also es gab vorher schon so eine, so eine Grenze an, ich, an Geld, die du noch besitzen durftest, also an Vermögen, an Eigentum, das war nicht besonders hoch, ich weiß gerade die Summe aber nicht und die haben sie jetzt nochmal hochgesetzt ein bisschen. Ja, auf 30.000 Euro. Aber, aber die Union, äh, hat ja dafür gesorgt, dass die, also die SPD wollte die eigentlich nochmal höher haben. Ja, 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 die haben über einen Faktor zwei. Also, es war eigentlich 60.000, jetzt sind es 30.000. Ja, 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 ja. So ungefähr, so, und, äh, genau, das, aber im Großen und Ganzen, auch nach allem, was ich aus, aus meiner ganzen aktivistischen, ich meine, ich bin ja auch Aktivist gegen Armut, also alles, was ich aus meiner aktivistischen Bubble höre, ist, dass das Bürgergeld einfach neuer Anstrich für Hartz IV ist. Ja. Also, da wird genau das Gleiche getan, es gibt einen kleinen Unterschied, auf den wollte ich hinaus, und der hat vielleicht bei mir gegriffen, ähm, sie wollten mit dem Bürgergeld, sie haben ja dann so eine Vertrauenszeit eingebaut, wo sie dich nicht verpflichten, die ersten drei Monate direkt einen neuen Job zu greifen, so. Ähm, dann, um genau für sowas, was ich jetzt mache, Raum zu schaffen, dass ich also zu meiner Sachbearbeiterin gehe und sage, so, ich würde gerne eine Umschulung machen, und dann sagt sie, ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Dann sage ich hier, das, das, das und das, und dann sagt sie, ja, gehen Sie mal zu unserer anderen Kollegin, und dass man dann, äh, ernsthaft eine Option bekommt, etwas anderes zu machen, als den nächsten Billiglohnjob. Mhm. So. Und ich, ich kann es jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe dazu keine Empirie, aber bei mir scheint es ja geklappt zu haben, weil ich habe das immer wieder versucht, die letzten Jahre, und deshalb, und ich wurde immer abgespeist, und dann bekam, dann wurde es halt doch nichts, weil man mir irgendwie einen ganz furchtbaren Job aufgedrängt hat. Äh, der letzte war auch, wirklich auch in so einem Verkaufs-Callcenter, absolute Katastrophe. Ja. Ähm, hm, ich bin kein Verkäufer, ne? Also ich habe null dieses Verkaufs-Gen, weil ich habe da so ein ethisches Problem mit Leuten, was aufzuspassen. Ja, das ist ja auch widerlich. Ja. Ich finde das furchtbar, also das, dieses, ich habe, also mir wird immer unterstellt, so Verkaufs-Callcenter-Leute, die umwerben mich auch manchmal, weil irgendwie, ich kann mich gut ausdrücken und so, ich glaube, die können sich das vorstellen, dass ich ein guter Vertreter bin, so. Genau. Aber ich kann es halt nicht. Ich merke das dann, ich habe das so zwei-, dreimal in meinem Leben machen müssen, und ich merke immer wieder, da gibt es bei mir so eine mentale Grenze, wo ich sage, nein, das geht einfach nicht. Ich kann dieser, äh, alten Dame ihre Rente jetzt nicht abknüpfen für irgendein fragwürdiges Produkt. Das kann ich nicht tun. Das ist einfach nicht geil. Hast du so, äh, so Weiterbildungsmaßnahmen gemacht, die wirklich scheiße sind? Sowas wie MS Word und Excel und so? Ja. Ich habe einen Kumpel, der ist Diplomphysiker, ja, und der hat irgendwie, der war mal irgendwann zwischendurch irgendwo bei irgendeiner Spaßaktiengesellschaft, wo sein alter Professor oder ein anderer Kumpel von ihm Vorstand war, da war er mal eine Zeit lang und hat Kohle dafür verdient. Und irgendwann sind die down gegangen und dann, man wusste erst mal nicht, was er machen sollte, weil er auf einmal so, hä, was soll ich machen? Ja, klar. Dann hat er irgendwie zum Amt gegangen, hat gesagt, hier, äh, ich melde mich mal arbeitslos, dann haben die den in irgendeine Scheißmaßnahme reingesteckt, sowas richtig lächerliches, so. Und er so, äh, da gehe ich jetzt hin oder was? Ja, da müssen sie jetzt hingehen und so. Und dann hat er sich da wirklich hingesetzt und dann, ja. Wir hatten, ich war in einer, als ich, äh, noch ganz, als ich so Mitte 20 war, war ich so ein halbes Jahr in so einer Büromaßnahme. Da, äh, angeblich so berufsvorbereitend für Leute, die, ähm, einen Ausbildungsjob in dem, in dem Segment suchen. Und das war genau sowas. Also du hast wirklich die grundlegendste Scheiße gelernt. Du hast gelernt, äh, wo der Anknopf für den Computer ist. Und damit haben die nicht mal eben so drei Minuten verbracht, weil es gibt ja manchmal wirklich Menschen, die haben keine Berührungspunkte damit, sondern das, das waren ganze Unterrichtssegmente, wo du dich nur damit beschäftigt hast, wie man den Computer hochfährt. So. Und, ähm, das, das, das war, ja, das war absolut furchtbar. Und so, ich meine, ich kann verstehen, dass so eine Maßnahme natürlich viele Leute abholen muss, die auch, ähm, ähm, keine Vorkenntnisse mit digitalem Zeug haben. Aber, also. Ja, in den 90ern vielleicht. Ja, nee, pass auf, wenn es darüber nicht hinausgeht, sechs Monate lang, dann wird es schwierig. Und wenn dann am Ende du rauskommst mit, naja, ich weiß jetzt über Word genauso viel wie vorher. Ja, ja. Also, wie ich tippe und wie ich die Schriftgröße verändere und wie ich Fett schreibe und so, ja. Dann hab ich da nicht wirklich viel gelernt. Ja, so. Ja, ich hab da, ich hab immer den Eindruck, da muss es eine Mafia geben, weil es muss ja Leute geben, die diese Workshops und so. Ja. Nee, nein, ja, genau. Und da muss ja irgendwie, die werden einen Zettel haben, auf dem draufsteht, wir machen hier diese Maßnahme. Das Amt bezahlt uns dafür und dann am Ende sagt das Amt, okay, ja, hast du gemacht, ja, wir wissen jetzt, wie man wird verwendet. Okay, dann sind alle zufrieden, aber irgendwie hat nichts gebracht, ne? Das sind private Träger und das ist tatsächlich auf eine perfide Weise eine Win-Win-Situation für den Träger und für die Behörde. Ja, genau. Und das Medium, was da vergreinert wird, sind die Menschen, ne? Genau. Also, weil... Das ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen, warte kurz, ich hab einen Kumpel, der war auf Reha, weil der einen Herzinfarkt hatte. Und der hat mir erzählt, in der Reha ging's ihm super scheiße, weil der Arzt ihm nicht zugehört hat und so und der wollte irgendwas und das ging nicht und dann sollte der da das Protokoll durch, sollte irgendwas machen und dann macht er hier und dann hat er gesagt, ich will aber das und so und es ging nicht und er wollte sich einbringen und wollte was besser machen. Und er hat sich übel darüber aufgeregt, dass niemand ihm zuhört und ich hab ja gesagt, ey, boy, pass mal auf, es geht überhaupt nicht um dich hier dabei. Du bist nur hier, weil deine Krankenkasse den Cashflow in die Taschen von dieser Klinik da umleitet. Ja. Du bist nur auf dem Zettel da. Was da jetzt wirklich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Du bist nur da, weil du der Typ bist mit der Karte. Ja, weißt du, das wäre ja auch alles nicht so wild, wenn man dann den Leuten sagen würde, ja gut, gehen sie da halt hin und dann, keine Ahnung, baut man da ein paar Couchen auf und man schillt ein bisschen. Aber sie erfinden die Geschichte, sie nehmen das ernst. Genau, genau. Aber alle Beteiligten, die in dieser Struktur drinstecken, mit denen du so als Maßnahmenteilnehmer Kontakt hast, also deine Sachbearbeiter, die Dozenten an diesen Trägern und so, die nehmen das alle todernst. Ja, und es gibt fairerweise, muss man auch sagen, es gibt natürlich auch sehr gute Träger, die das wirklich ernst nehmen, so wie der, bei dem ich jetzt die Systemintegrationssache mache. Ja. Aber es gibt eben auch viel, die machen, die treiben da Schindluder und da geht es dem Amt dann hauptsächlich darum, dass sie sechs Monate lang dich aus der Statistik schreiben können. Ja, ja. So, weil dann können sie hinterher bessere Arbeitslosenzahlen vorlegen, weil alle, die in so Maßnahmen sind, gelten nicht als arbeitslos. So, und dann sehen die Zahlen hinterher schöner aus und dann ist der Vorgesetzte glücklich und dann ist hinterher auch der Arbeitsminister glücklich. Mhm. Und das ist, das ist das ganze Ding und deswegen fördert man diese ganzen Bulli, nicht Bulli, Dulli-Maßnahmen da, diese 0815-Maßnahmen, die einfach furchtbar sind. Aber mein persönliches Highlight habe ich noch gar nicht erzählt. Mein persönliches Highlight war, da war ich zu einem Bewerbungstraining eingeladen und habe der Trainerin dann erklären müssen, wie man heutzutage sich online bewirbt. Und dass man nicht mehr das Schreiben in einen Briefumschlag steckt und dann schickst du das weg. Und auch E-Mail inzwischen schon veraltet ist, sondern dass du direkt auf den Portalen, auf Bewerbe dich klicken kannst und dann bist du nämlich direkt auf der Internet, das wusste die alles nicht. Oder dass man irgendwo im LinkedIn das einmal hinterlegt hat und dann wird das immer. Genau. Ja. Genau. Das wusste die alles nicht. Das ist kein Witz, das ist dann die Expertin, die dich beraten soll und die weiß wirklich, die sagt im Grunde nur so, schreiben Sie eine schöne Bewerbung und stecken Sie sie in einen Ordner. Ja, mit einer tollen Mappe. Ja, das hat die Frau so gelernt, verstehst du? Ja, ich meine, die Frau war super nett und die war auch mega dankbar hinterher, dass ich quasi diesen Teil des Kurses fast schon übernommen habe. Da habe ich mich hinterher noch unterhalten, das war eine ganz angenehme Person so, aber die wurde dann halt da abgestellt als Expertin, die keine ist. Ja. Und dafür sitzt du dann da in so einem Vollzeit, an so einem Vollzeittag, acht Stunden, in so einer Art Klassenraum, um dir dann das reinzuziehen. Also um ohne Mehrwert da rauszugehen. Und das geht einfach nicht klar. Das Ding ist halt, ich meine, es gibt halt wirklich viele Gewinner, die, also jetzt nicht die Armen, aber alle anderen gewinnen halt daran, dass man diese Elendsschicht hat, die verpflichtet wird vom Amt, jetzt hier jeden Scheißjob anzunehmen. Und Scheißjob bedeutet natürlich einfach nur Rendite für, ja, für die Rentiersklasse. Ja, und es geht halt alles darum, dieses Narrativ aufrecht zu erhalten, dass man, dass arme Menschen im Grunde ja auch selbst verschuldet sind und die sind faul und deswegen musst du sie ja treiben. Ja, voll. Und dann treibt man sie halt auch in die sinnlosen Sachen und das hat ja sogar in Teilen der Bevölkerung Rückhalt, weil die sagen, naja, bevor du zu Hause sitzt, ich muss meinen Arsch auch jeden Tag hochkriegen, dann kannst du ja auch mal acht Stunden sinnloses Bewerbungstraining machen. Ja, beste Leben. Das ist genau die, das ist genau die richtige Logik. Die macht nämlich alles besser, weil, ja. Alles besser. Ja, das ändert vor allem was an der Scheißsituation von den anderen Leuten. Also, das große Ding in Deutschland ist ja, mit der Agenda 2010 ist ja, sind ja die, hat sich ja das Sozialsystem verändert zum Schlechteren und dann entstand ja diese Drucksituation durch Hartz IV. Das heißt, diese, die Leute hatten Angst, in Hartz IV zu fallen, weil sie wussten, wenn ich in Hartz IV bin, kann ich sanktioniert werden und dann kann man mich erpressen, jeden Job anzunehmen. Was war die Folge? Leute sind aus Gewerkschaften ausgetreten, die Gewerkschaften wurden geschwächt, generell die Verhandlungsposition von Arbeitskraftgebern, das ist das richtige Wort für Arbeitnehmer, weil die etwas geben. Die geben die Arbeitskraft, ja, ja. Arbeitskraftgeber hatten schlechtere Verhandlungspositionen und so sind die letzten etwa 20 Jahre die Löhne immer stagniert, die sind kaum gestiegen. Im Schnitt, natürlich gab es einzelne Branchen und so, Ausreißer gibt es immer, aber so im Großen und Ganzen hast du da so eine Linie, die geht fast schon schnurgerade. Gleichzeitig ist die Produktivität, wupp, so nach oben gegangen, während die Löhne immer gleich blieben. So, also das heißt, da wird immer mehr von dieser Arbeitskraft abgeschöpft und das ist das, was, und bleibt dann halt bei den Unternehmen hängen, ja. Die investieren das dann, ich habe übrigens grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Teil der Arbeitskraft beim Unternehmen hängen bleibt als abgeschöpfter Mehrwert, weil ich, weil das ist ja bis zu einem gewissen Grad durchaus eine Win-Win-Situation, weil das Unternehmen das ja in das Unternehmen wieder investiert und so dafür sorgt, dass das Unternehmen auch morgen noch da ist, ne, so. Aber wenn es dann so weit geht, dass die Löhne überhaupt nicht mehr steigen, gleichzeitig wir Preissteigerungen haben, wie wir die letzten zwei Jahre oder so deutlich gesehen haben, dann hat dieses System quasi, dann ist es aus den Fugen, ne. Und dann, das funktioniert dann nicht mehr und dann hast du halt auch keine Win-Win-Situation mehr, sondern nur noch eine Win-Situation auf der einen Seite und eine Loose-Situation auf der anderen. Und ja, das ist das, was die Agenda 2010 bewirkt hat. Ich meine, gut, ich gehe davon aus, Schröder hatte nicht auf dem Schirm, dass irgendwie 20 Jahre später nochmal Krieg in Europa rein würde, der halt nochmal wirklich massiv das Gefüge rund um Preise verdrehen würde. Aber, dass die SPD da immer noch so Dogmenhaft daran festhält und das Ganze nur Bürgergeld nennt, daran siehst du, wie krass sich das in das ideologische Verständnis eingebrannt hat bei unseren Sozialdemokraten. Ja, das ist eh lächerlich. Ich meine, ich fand, wo man das richtig deutlich gesehen hat, wie lächerlich das eigentlich ist, war der Schulz-Effekt. Da war kurz mal ein SPD-Mensch, der irgendwas mit, irgendwas jetzt mal mit Umverteilung oder so, es muss ja nicht mal irgendwie links, sondern einfach mal, hier, wir haben hier so ein paar Standards, nämlich, wir haben was gegen Kinderarmut, wir wollen hier mal jetzt mal irgendwie, dass das mal klar geht mit den Leuten und so. Und da sind alle völlig aus dem Häuschen gewesen. Du hast genau gesehen, wie gierig alle danach sind, jetzt mal wirklich eine linke Politik irgendwie, irgendwie was mit sozialer Marktwirtschaft und so überhaupt mal zu sehen. Aber es ist natürlich sofort im Keim erstickt worden. Es war direkt wieder kaputt. Und ich fand, es gab ein paar, also irgendwie ein Jahr später oder so, nach dieser Desasterwahl, das war ja wirklich auch ein einziges Desaster, es war ja auch schmerzhaft, sich das anzugucken, wie das dann bei der SPD erst hochging. Und dann ging es während des Wahlkampfs so bup, 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 alles wieder runter, die ganze Zeit. Und ich glaube, Thilo Jung hatte nochmal ein Interview mit Schulz, so ein Jahr danach oder so. Und da ist mir ein Satz im Gedächtnis geblieben, wie Schulz so erklärt, er hat halt die ganze Zeit auch seine Berater gehört. Und dann sagt er am Ende so mit so einer richtig geknickten Stimme, ja, das hätte ich ganz anders machen sollen. Also, das ist, da sehen wir aber, was sich bereits für Beratungsstrukturen in der SPD etabliert haben. Also, was denen da erzählt wird, was die Leute angeblich wollen oder die Bevölkerung möchte oder whatever. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema Parallelgesellschaft, also Parallelgesellschaft unserer Politik, die einfach an dem, ich weiß, das ist sonst so ein Buzzword, das gern von Rechten benutzt wird, aber es stimmt halt leider dann in diesem Fall. Ich benutze das Wort auch super gerne in letzter Zeit für alles Mögliche, auch für Bürokratien und so. Aber ja. Ja, und da wird halt wirklich an den Interessen von ganzen Bevölkerungsgruppen vorbeiregiert. Na klar. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass bei Armut nochmal ganz besondere Vorbedingungen gelten, weil Armut ist für unser System Voraussetzung ein Stück weit. Also, generell ist das so ein Ding mit der Lohnarbeit, Armut hält Löhne niedrig, beziehungsweise ein Grad, also wenn du einen Teil der Bevölkerung hast, die arbeitslos sind, halten die die Löhne der anderen niedrig, davon profitieren die Unternehmer. Und wir haben nochmal in Deutschland die Sondersituation, wir waren ja mehrfacher Exportweltmeister und Exportweltmeister wirst du nur, wenn du zwei Sachen hast, nämlich billige Löhne und billige Energie. Beides hatte Deutschland eine ganze Zeit lang, billige Energie, wir hätten jetzt einige denken, was, ich hab doch, meine Gasrechnung ist doch so hochgegangen und so weiter. Aber es war ja lange Zeit vergleichsweise günstig, gerade für Unternehmen, die das in größerer Menge abnehmen. Ja, und wir hatten null Zins, also... Genau. Und das hat dafür gesorgt, dass unser Export boomt, weil alle Arbeitskräfte im Land sozusagen diesem Export zuarbeiten, selbst die, die gar nichts direkt damit zu tun haben, also auch die Leute im Callcenter. Ja, klar. Wir haben gearbeitet, wir haben in der Beratungshotline gearbeitet und wir haben für die, wir haben die Schweiz und Österreich mit drin gehabt. Also da waren wir im Grunde schon das, was früher mit irgendwelchen Menschen aus Rumänien oder so passiert ist, wir waren dieses outgesourcete Billiglohnland, ja, weil Deutschland den größten Niedriglohnsektor Europas hat. Und das ist, so, und da ist halt dieses Ding mit Armut, sie ist für das System, in dem wir leben, immer noch ein Stück weit Vorbedingungen, um die Interessen von den Leuten zu schützen, die wir gerne als Leistungsträger oder ähnliches bezeichnen. Und da ist halt der Kern der moralischen Rechtfertigung, der Leistungsträger, der kann, der hat das ja verdient, deswegen darf er auch Leute ausbeuten, das ist ja in Ordnung, weil er tut ja auch so viel, er zahlt ja so viele Steuern und er schafft Arbeitsplätze, ist ja auch immer das, wobei das auch immer so ein geiles Narrativ ist, wo ich mir immer so denke, Leute, das ist so einfach zu durchschauen. Das ist doch kein Altruismus. Der schafft doch keinen Arbeitsplatz, weil er denkt, ich möchte diesem Land etwas Gutes tun oder meinen Mitmenschen. Nein, der schafft diesen Arbeitsplatz, weil in seinem Unternehmen Arbeit gemacht werden muss. Ja, übrigens, wo du das vorhin schon so gesagt hast mit Arbeitnehmer und Arbeitgeber, es gibt noch zwei andere Sachen, bei denen mir das auch immer auffällt. Einmal sozial schwache Personen, sozial schwache, damit meint man natürlich irgendwie eigentlich ökonomisch und so. Und eigentlich sind die Reichen ja die sozial schwachen und so. Und irgendwas war es noch. Jetzt habe ich sie doch vergessen. Egal. Aber das sind genau, da sind wir jetzt nochmal in einem anderen Punkt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie, aber was ist passiert? Ich sage darum auch ganz bewusst nicht, dass irgendwie Schröder oder die Grünen oder die SPD damals das gezielt so haben wollten. Aber faszinierend ist, was ja passiert ist nach der Agenda 2010. Dann kamen ja immer mehr diese TV-Formate auf, in denen Menschen mit einem, ich sage mal, eher einfachen Habitus, die man halt so direkt in der Lesweise der Unterschicht zuordnet, in irgendwelchen Talkshows auftraten oder ganze Reality-Shows bekamen. Und die auch, die Teilen gibt es ja noch heute, dieses Harz aber herzlich und dieser ganze Kram, in denen die arme Menschen auf die schlechtmöglichste Weise dargestellt wurden. Wir kennen das von Vera Fake bei Böhmermann, wie diese Redaktionen dann arbeiten, was für Leute, die sich suchen, die müssen schon vorher in ein gewisses Bild passen. Und dann verstärkt man dieses Bild noch, indem man die entsprechenden Fragen stellt, die entsprechenden Emotionen triggert. Und dann bei Vera Fake war es ja sogar noch so, dass sie dem da irgendwelche Kuscheltiere hingesetzt haben, die ihm gar nicht gehört haben. So arbeiten halt die Privaten. Und dadurch wurde in Deutschland ein Bild geschaffen von den, ich hasse dieses Wort, aber ich benutze es mal, um dieses Bild zu verstärken, von diesen asozialen Harzern. Die den ganzen Tag rumsitzen und nichts machen wollen und die einzigen Probleme sind irgendwie die selbstverschuldeten Eheprobleme. Und wenn die Waschmaschine kaputt geht, bezahlt das Amt die auch noch. Was immer nur in diesen Fernsehsendungen so einfach geht, komischerweise. Und es gab diesen Opa, der immer zu den Leuten hingegangen ist, die pleite waren. Und dann hat er ihnen immer mit dem Flipchart vorgerechnet, dass sie nicht rechnen können. Und hier 300 Euro für Kippen und so. Ja, 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 dieser Schuldenberater, ich weiß. Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie der heißt, aber so ein Opa halt. Zwegart. Zwegart, genau. Zwegart. Und ich meine, der hat bestimmt auch ein paar Leuten geholfen, aus ihrer Misere zu kommen. Ja, und Supernanny übrigens auch. Ja, aber das sind ja alles. Alles so Sachen, die darauf abzielen, zu sagen, hier gibt es offenbar ein Problem, das viele Menschen betrifft. Aber jedes Individuum hat dieses Problem selbst verschuldet. Natürlich. Hat selber daran zu knaspen. Ja. Und muss das auch selber wieder in den Griff kriegen. Das ist das Kernnarrativ, das dahinter steht. Bei Zwegart, bei der Supernanny und bei all diesen anderen Pseudo-Beratungsformaten. Auch bei diesen ganzen Restauranttestern und so. Wobei, da ist natürlich ja klar, haben die manchmal gute wirtschaftliche Tipps. Meine Mutter ist ja selbst Köchin, hat das ja dann irgendwann gelernt, nachdem mein Vater gegangen war. Und guckt dann immer diese Restauranttester und ist dann immer ganz begeistert, was die alles so können und wissen. Und wissen das, ja, so. Aber auch ohne, dass ich das jetzt den Leuten selber vorwerfe, die aber die Grundintention dahinter ist, wenn es bei dir nicht läuft, bist du und nur du schuld. Auch bei einem Restaurant kann es sein, dass einfach, weiß ich nicht, gerade ein schlechtes Jahr ist. Oder einfach die Lage mal gut war und die ist nicht mehr gut, weil da irgendwas hingebaut wurde oder was weiß ich. Ja, so. Also auch da gibt es strukturelle Dinge, die das beeinflussen. Und das wird aber dann immer ausgeblendet. Klar. Bin ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne jetzt ein Bier. Aber ich mache im Moment ja so eine große Ernährungsumstellung. Und darum gibt es im Moment kein Bier, keine Süßigkeiten, kein gar nichts. Hast du mein Ernährungs-Life-Coach-Video nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Schicke ich dir mal. Ja. Weil ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht. Ich musste nämlich irgendwie mit meinem Hedonismus kopen und den noch aufrechterhalten. Aber ich wurde immer fetter und so. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht dazu. Es geht mir ähnlich. Also ich bin im Rahmen meiner Möglichkeiten auch immer relativ hedonistisch unterwegs gewesen. Also ich bin so, ich esse halt unfassbar gern Schokolade. Und wenn ich Computerspiele spiele, dann spiele ich halt nicht nur eine Stunde. Dann kann das schon mal eine Nacht werden. Und als ich früher noch in die Disco gegangen bin, dann war ich auch immer der Letzte, der rausgegangen ist und so. Aber ja, das Ding ist genau, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Und je länger du arm bist, desto stärker schränken sich auch deine Möglichkeiten ein, weil du ja in dieser Langfristigkeit der Armut immer, immer mehr Dinge dir nicht leisten kannst, sozusagen. Also wenn man das so will, können wir jetzt mal Peter Zweigart ein bisschen bemühen und uns so einen Flipchart vorstellen. Und der würde bei mir ausrechnen, dass ich jeden Monat, seit ich, seit meinem Vater gegangen bin, ein bisschen im Minus gelebt habe. Also ich habe immer ein bisschen mehr ausgegeben, als ich hatte, sozusagen. Und irgendwann kommst du halt an diesen Punkt, dann stellst du fest, scheiße, jetzt ist irgendwie die Waschmaschine kaputt. Und dann musst du an eine Waschmaschine kommen und die Erzählung ist ja, 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 hier zahlt das Amt, Pustepuche. Ist alles nicht so einfach mit den, du musst, wenn du irgendwas willst in dieser Richtung, nicht nur unzählige Formulare ausfüllen, sondern du musst im Grunde auch vor den Sachbearbeitern das rechtfertigen, fast schon wie so bei so einer Anhörung. Und dann entscheidet dir das wirklich nach Bauchgefühl, ob das zustimmt oder nicht, zutrifft oder nicht. Naja, auf jeden Fall hast du ja irgendwie dann immer weniger Geld, weil du feststellst, hier fehlt mir was, das ich brauche, da brauche ich was, da muss ich Geld ausgeben. Und dann merkst du, dann hast du den einen Monat mal mehr ausgegeben, als du konntest. Dann lebst du diesen einen Monat nur von Toastbrot, weil, naja, ist halt kein Geld mehr für Essen da. Und irgendwann stellst du fest, naja, also als ich 20 war, dann ging das noch mit dem Callcenter-Job in die Disco zu gehen. Und irgendwie geht es jetzt nicht mehr. Ja, hat natürlich auch was mit Geldentwertung zu tun, mit Inflation. Wir haben ja gerade gelernt, dass die Löhne bleiben seit Ewigkeiten gleich. Ach ja, jetzt weiß ich, welches Wort es ist. Und zwar nicht Lohnpreisspirale, sondern Profitpreisspirale, müsste es eigentlich lauten. Das ist das, was wir beobachten. Ja, da gibt es jetzt interessanterweise eine Studie, die hat genau das festgestellt, nämlich dass die im halben Jahr nach dem Ausbruch des Ukrainer Krieges die Energieunternehmen tatsächlich Preise erhöht haben über Gebühr. Also mehr, als sie gemusst hätten, um ihre Mehrkosten auszugleichen. Und ich fand das so spannend in dem Artikel, den ich darüber gelesen habe, dass offenbar die Ökonomin, die das rausgefunden hat, selber überrascht war. Weil wir ja wissen, dass in der Ökonomenblase sind ja diese Modelle, die so festgestellt sind. Und das, also normalerweise machen Unternehmen das ja nicht. Ich nenne das ja immer Gierpreisspirale. Ja, so, also es gibt, da werden halt Preise immer, also ich meine, wir beobachten, ich weiß nicht, bist du Gamer auch? Klar, voll. Ja, natürlich, ich werde mich auch überrascht, wenn ich, ist auch richtig so. Ich habe dazu übrigens schon ein Video gemacht, aber ja. Weißt du, wir beobachten das doch auch immer sehr gut auf dem Gaming-Markt. Aber das fällt vielleicht nicht so auf, weil das ist ja eine Unterhaltung. Als, ähm, damals Command & Conquer 3 rauskam, haben die das auf 100 Mark gesetzt. Vorher war der Preis so irgendwo zwischen 60 und 70. Da haben sie das mal einfach so mal getestet. Sie haben eine zu kräftige Marke. Ja. Gucken wir mal, ob die Leute bereit sind, 100 Mark dafür auszugeben. Ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann erfolgreich war oder nicht. Boah, das war auch, das war auch gar nicht mal mehr so gut. Ich weiß noch, aber jetzt siehst du bei Diablo 4 irgendwie 70 Euro oder, äh, vier Tage vorher zocken, nochmal 20 Euro mehr zahlen. Ja. So. Und daran, ohne dass ich das jetzt bewerten will, aber daran siehst du, äh, wie diese Mechaniken funktionieren. Weil sie erhöhen dann einfach mal und gucken, wie, wo die Schmerzgrenze ist. Das ist doch genau, das ist doch, ja, das Ding ist, ich, ich befasse mich ja gerade genau damit. Mit der neoklassischen Theorie von der Preisbildung. Und das ist alles Lug und Trug und, äh, je mehr ich mir das drauf schaffe, desto bekräftigter bin ich in dieser, äh, Formulierung, die ich damals schon getroffen habe. Es handelt sich um eine soziale Hierarchie. Und wenn du es dir leisten kannst, dann drehst du den Preis hoch. Und natürlich musst du nur train-error so lange auspegeln und gucken, wie viele Leute kaufen es noch, wenn ich es noch höher drehe. Das ist, das ist nichts anderes. Da, da muss man nicht irgendwelche, irgendwelche imaginären Kurven schneiden und sagen, hier ist Preisequilibrium und so ein Scheiß. Und das stimmt ja auch alles nicht. Also, das kann man auch alles nicht beobachten und so. Ja, das ist echt krass. Das hat Karl Marx schon festgestellt, dass Ökonomen im Grunde, ich hab das Zitat nicht genau, aber dass Ökonomen im Grunde nur dazu da sind, den Status Quo zu rechtfertigen. Ich finde auch, äh, diese Sache mit dem, äh, mit der Agenda 2010 ist so eine Art minimal oder sagen wir mal optimal, äh, optimal ausgepegeltes, äh, Grundeinkommen, was genau dafür sorgt, dass du genug Elend hast, was aber permanent weiter versorgt wird. Bis es sozusagen ins Rentenalter eintritt und dann am Krebs stirbt, weil es die ganze Zeit nur Scheiß in sich reingesteckt hat. Ähm. Ja, wobei natürlich auch da, da sind wir natürlich auch bei so einem Klischee mit dem, damit sie sich Schnaps reinknallen können. Der kostet halt nicht viel. Der kostet halt nicht viel, aber, äh, auch da gibt's jetzt eine Studie, die zeigt, dass, äh, Alkoholkonsum mit Einkommen steigt. Also, je reicher du bist, desto mehr trinkst du. Also, das kann ich auf jeden Fall, äh, anekdotisch, evidenzmäßig bestätigen. Und ich hab da auch kein moralisches Problem mit, aber... Ich hab vorhin, ich hab vorhin den, äh, den Pennern bei mir am Penny, die immer hinten um die Ecke, äh, ihr Reudenbier trinken, äh, die haben mich vorhin nach, äh, Feuer gefragt, so über einen halben Parkplatz. Hat er gerufen, äh, hast du Feuer? Und ich so, nee, ich hab kein Feuer, scheiße, ich bin kein Raucher und so. Und dann hab ich an der Kasse einfach zwei, äh, Feuerzeuge für die gekauft und bin rausgegangen, hab ihnen die hingelegt. Haben sie sich gefreut. Tatsächlich. Naja, sie hätten sich wahrscheinlich mehr über, äh, zwei Euro gefreut, aber gut. Du, aber, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn du, das, ich hab, ähm, ich hab mich mal ein bisschen länger mit einem Obdachlosen unterhalten. Und, ähm, wenn du, der hat mir gesagt, ähm, der ist, man ist generell schon über Zuwendung froh, weil man oft so unsichtbar ist. Ja, das ist doch völlig klar. Also, ich stell mir das so vor, wenn du, also erstmal in Deutschland, obdachlos werden, ist meiner Meinung nach in Deutschland ein Symptom dafür, dass man depressiv ist. Weil man nicht mehr den, weil man nicht mehr den Gang aufs Amt schafft und diese Zettelscheiße aus mir aushält. Und deswegen sagt, scheiß drauf, ich halte es nicht mehr aus, ich mach jetzt das, äh, ich geh jetzt irgendwie, ich bin jetzt obdachlos. Und dann ist natürlich klar, wenn du einmal obdachlos bist, dann wollen die Leute einfach keinen sozialen Kontakt, keine Interaktion mehr mit dir haben. Und dann vereinsamst du. Ja. Das ist schlicht und, das ist schlichtweg Einsamkeit. Ja, ja, klar. Und du wirst halt auch, also, sie werden halt auch viel einfach, obwohl sie da teilweise für jedermann sichtbar sitzen, einfach übersehen. Nee, die sind unsichtbar, ja. Muss ja auch ein furchtbares Gefühl sein, ne? Ja, voll. Und deswegen, also Grund, deswegen würde ich sagen, äh, Feuerzeug und noch mit denen kurz gequatscht ist doch erstmal eine gute Sache. Ja, voll, 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 klar. Ja, ich hab tatsächlich mal, ähm, wenn ich kann, ich hab ja selber nicht viel, ne, aber wenn ich kann, gebe ich auch immer nochmal einen Euro oder so. Ich hab auch oft ein schlechtes Gewissen, wenn's nicht geht. Und ich war einen Abend unterwegs, ähm, zu einem Freund, ich hatte ein paar Bier im Rucksack und, ähm, hatte kein Geld in der Tasche, es war eh knapp wieder diesen Monat. Und, ähm, da werden jetzt einige sagen, wie, es war knapp diesen Monat? Ja, ich hatte acht Bier im Rucksack, da kostete die Dose 49 Cent, also die vier Euro hatte ich auch noch so. Also, ne, die hätten mich jetzt auch nicht gerettet. Naja, auf jeden Fall kam ich dann an einem Obdachlosen vorbei und der hat mich halt auch wieder um Geld gefragt und ich sag so, sorry, hab kein, hab nix und dann hab ich ihm zwei Bier gegeben. War der auch happy. Also, ich hab das, ich hab, also, was ich manchmal mache, ist, aber das ist tatsächlich, das sind dann eher hier, ich hab hier um die Ecke so eine Butze, die wird typischerweise ein Gastarbeiter, also aus Polen sind das bei mir, hier im Osten sozusagen fast als Polen oder Tschechen, die hier irgendwie arbeiten auf irgendeinem Bau irgendwo. Ja. Und dann für so ein paar Monate oder für ein paar Wochen hier sind und so. Und zu denen setze ich mich manchmal hin, komme ich mit einem Sixpack runter und dann trinken wir zusammen Bier und so. Und dann mit so gebrochenem Englisch irgendwie quatschen wir ein bisschen, weil das hier halt direkt bei mir in einer Corner ist oder so. Das mach ich auch gerne. Ja, übrigens in diesem ganzen Gastarbeiter-Baugewerbe-Ding habe ich neulich wiedergelernt, ich hatte das vor ein paar Jahren mal gelesen, ich habe ja mal für Critical Infinity so einen Beitrag über Sklaverei gemacht und da habe ich mir wieder ein bisschen Wissen angehäuft und tatsächlich auch in Deutschland, die Baubranche ist in Deutschland da, wo es noch echte Sklaverei gibt. Also ich rede jetzt nicht von der Metapher, die wir gerne benutzen, um irgendwie die Lohnarbeit zu beschreiben. Ich meine echte, richtige Sklaverei, wo du kein Geld kriegst und irgendwo festgehalten wirst. Also du meinst so wie die Horrorgeschichten aus Katar? Ja, also das gibt es in Deutschland in der Baubranche und in der Pflegebranche immer noch. Natürlich in null Komma irgendwas Prozentbereichen nur, aber das gibt es noch. Also da gab es mal einen Vorfall von ein paar Jahren, den hatte ich in der Süddeutschen, glaube ich, gelesen. So ein großer doppelseitiger Mega-Beitrag, der natürlich wieder mal super recherchiert war, aber nicht für die große Skandal-Nachricht gesorgt hat leider, wo ein Bauunternehmen für den Bau eines Einkaufszentrums sich Leute aus Osteuropa geholt hat, hat denen dann, wo die hier waren, alle Dokumente abgenommen und ihr Geld und alles und hat die in irgendwelche Butzen gesteckt, wo sie mit acht Leuten in irgendeiner kleinen Wohnung Geld erhaust haben. Und dem wurde dann versprochen, wenn du jetzt hier fleißig arbeitest und so, kriegst du am Ende genug Geld, dass deine Familie in Osteuropa erstmal gut leben kann. Und dieses Geld bekam dann natürlich auch nur einen Bruchteil der Leute. Also wirklich auch, das ist dann eine Form von Sklaverei. Man hat sie daran gehindert, wieder zu gehen, weil man ihnen alles weggenommen hat, womit sie hätten gehen können, und sie da eingesperrt hat in solche komischen Hütten. Und dann war die einzige Option, arbeite für uns oder verreck halt. Das ist wirklich, also das gibt es noch in Deutschland. Natürlich extrem selten, aber ist auch ein Thema, das man finde ich nicht unterschlagen sollte. Ich würde einfach argumentieren, ich habe den Tag mit den Leuten im Twitch irgendwie einen ganzen Abend lang nur Thema Prostitution gehabt. Und da ist es ja irgendwie so, dass irgendwie 75% aus Bulgarien und Rumänien kommen. Und das ist alles Menschenhandel. Also die werden alle verarscht und hergelockt mit irgendeinem Sugar Daddy-Scheiß und dann vor die Wahl gestellt, okay, entweder du gehst jetzt anschaffen oder du kannst dir draußen auf der Straße verrecken. Weil sich niemand um dich kümmert und du sprichst die Sprache nicht und vielleicht bist du auch illegal und so. Ja. Ja, genau. Das ist auch in dieser Studie, die ich dazu gelesen habe. Ja, also bei den regulären Berufen, sage ich mal, Pflege und Baugewerbe, aber Prostitution natürlich total Platz eins. Ja. Also ganz, ganz, ganz weit oben. Aber ja, also auch das ist so ein Ding, da darf man nicht unterschlagen, wenn man über Armut redet, redet man in einigen Teilen der Welt und sogar ein bisschen in Deutschland auch über Sklaverei. Da würde, da kann man sich jetzt streiten, da haben Patrick Hohmann und ich uns in unserem Chat mal drüber gestritten, ob das jetzt für den Kapitalismus Vorbedingung ist oder nicht. Aber ich würde sagen, der Kapitalist, der zehrt davon auf jeden Fall. Ja, klar. Der braucht halt keine ordentlichen Löhne zahlen, wenn der Unterwiedlungswettbewerb groß genug ist. Ja, und wenn er dann Leute sogar noch zwingen kann, jeden Tag auf dem Bau, dann auch ohne irgendwelche Arbeitssicherheit und Überwachung und so. Und wo es das auch richtig groß gibt, ist spätestens seit der Flüchtlingskrise, aber eigentlich auch schon vorher, unten in Spanien und Italien. Da, wo diese Plastik-Ghettos stehen, wo die das Obst anbauen für unsere Rewe und Edekas hier, europaweit. Da werden irgendwie, da gibt es so Riesen, die kann man, die kann man quasi mit Google Maps sich angucken, da gibt es so weiße Plastikbereiche, wo nur Plastikzelt ist überall und da sind dann, da werden die Flüchtlinge sozusagen, die stehen wie auf dem Straßenstrich morgens, stehen die an der Landstraße, dann kommt der Gutsherr vorbei, sammelt die ein, die am kräftigsten aussehen und dann müssen sie die ganze Zeit irgendwelche Auberginen machen oder so. Ja, das sind Zustände wie, weiß ich nicht, zur Kolonialzeit und die gibt es in Teilen heute noch. Ja, und das ist bei uns so, wenn wir in den Discounter gehen und da steht drauf, Tomaten kommen aus Spanien, dann weiß man, das ist sowas. Ja, und das ist halt generell das Ding, wenn du Menschen, also die Grundbedingung dafür ist, wenn du Menschen durch Sachzwänge erpressbar hältst, indem du ihnen Zugang zu lebensnotwendigen Dingen verwehrst, in unserer Gesellschaft wäre das halt Wohnraum, Ernährung, Energie, medizinische Versorgung und solche Dinge, ja, wenn du ihnen das verwehrst strukturell, dann hast du sie irgendwann an dem Punkt, an dem sie komplett ausbeutbar sind und alles machen müssen und sogar teilweise sogar in so einer falschen Freiwilligkeit, in die Sklaverei sogar gehen. Also es gibt da Fälle in, ich glaube in Indien, wo es wirklich noch dieses Konzept gibt, so eine Art Vertragsversklavung, wo junge Mädchen, damit sie irgendwie ihre Mitgift oder so zusammensparen können, die gehen dann zu einem Unternehmen und lassen sich für die nächsten vier Jahre quasi in eine Sklaven, in eine Versklavung nehmen, bekommen dann am Ende aber genug Geld, damit sie da diese Mitgift haben. So und das ist exakt das, was in diesem Film dargestellt wird und ich weiß jetzt auch wieder, wie er heißt, er heißt Sorry to bother you, also sorry, dass ich dich stören muss, weil ich... Alles gut, ich habe fertig mit Monolog. Ne, ne, sorry to bother you ist die Übersetzung, also der heißt sozusagen so, weil der ja im Callcenter arbeitet und genau das ist die Metapher, ne, er steckt sie, also das ist am Ende der Vorschlag, ihr habt einen Haufen arme Leute, ich mache euch einen Vorschlag, ihr könnt bei mir arbeiten, ihr kommt hier in eine Gefängniszelle, wirklich, wo Betten drin sind, da kannst du auch deine Familie drin parken, ihr habt einen Fernseher und ihr kriegt hier den räuligsten Fraß zu essen, ihr kriegt kein Geld dafür und ihr dürft auch nie wieder raus, ihr müsst immer grinden für mich und das unterschreibt ihr hier bis zum, bis ihr sterbt. Ja. Das ist der Vorschlag von ihm. Und das ist auf die Spitze getrieben, das, was sich viele Kapitalisten wünschen. Na klar. So. Beste Fall. Und ich meine, teilweise hast du solche Zustände ja in irgendwelchen Amazon Warehouse Pickers in Großbritannien schon standardmäßig, wo die im Wald neben dem Warehouse zelten, weil der Bus kostet 8 Pfund oder so. Das können die sich gar nicht leisten. Und deswegen zelten die einfach nebenan und dann verrecken die im Winter da einfach im Wald. Ja. Das war, das, also, und das ist halt, das kann dem Kapitalisten dann auch egal sein, weil er kann es ja bei diesen Arbeitern unter Eigenverantwortung ablegen. Sie hätten ja nicht da zelten müssen. Das ist ja das Allerbeste. Die komplizierten Sachen kann man im Kapitalismus immer outsourcen. Entweder als an eine dritte Firma, die den Dirty Work für dich macht, die dann am besten aus irgendeinem dritten Weltland vollkommen korrupt ist und die einfach, auch wenn sie irgendwie scheiße ist, dann sagst du halt, naja, das ist ja externer Dienstleister, das war ich jetzt nicht und so. Oder du sourcest einfach die Sache mit der Work-Life-Balance an die Leute aus und die können sich das halt schlichtweg nicht leisten und sterben, dann ist auch nicht dein Problem. Ja, so ist es. Es war ja sozusagen ihre Entscheidung, einen Vertrag mit dir einzugehen. Ja, das ist der Trick. Und dieser Trick funktioniert nicht erst bei irgendwie so Themen wie Sklaverei oder Zwangsarbeit, der funktioniert schon viel früher, schon bei der ganz klassischen Lohnarbeit. Also die Kernformel der Lohnarbeit ist, wenn du nicht hungern willst, musst du für jemanden arbeiten. Du kannst nichts anderes verkaufen als deine Lebenszeit. Ja, und klar hat sich das System in Deutschland, man hat vor allem durch linkes Engagement, also durch Gewerkschaften und so weiter, das immer weiter verbessert, bis es dann für viele nicht mehr spürbar negativ war. Also ich würde sagen, die meisten Leute, die heute, ich sag mal, einen Job mit einem Einkommen knapp über Durchschnitt haben, sind relativ zufrieden damit, mit dieser Situation. Zumindest kommen sie nicht auf die Idee, da mal drüber nachzudenken und da mal zu hinterfragen, was da los ist. Weil sie können für ihr tägliches Begehr alles kaufen. Und es ist ja auch richtig gut, sich so gut zu fühlen und auf die anderen herunterzuschauen, weil man sich dann eher weniger mit denen solidarisiert. So ist es. Und wenn man dann noch Culture Wars anzetteln kann, dass die sich untereinander hassen, dann ist das noch besser. Womit wir eigentlich beim Thema wären. Ich wollte mich ja eigentlich mit dir über was ganz anderes unterhalten. Okay. Ja, und dann? Eigentlich, was ich sozusagen in den letzten Jahren immer wieder beobachte, ist diese Scheiße, dass, wenn es mal um die Interessen des Proletariats geht, immer sofort die Querfrontkeule rausgeholt wird. Es wird irgendwie ein Culture Wars inszeniert, dann wird gesagt, hier guck mal, da rennen Nazis mit und nur so ein Scheiß und du kriegst es einfach nicht hin. Und ich hatte irgendwie, was mich, ein Kumpel von mir hatte mir, 21 oder so, mal geschickt, die Tatsache, da gab es in Berlin eine angemeldete linke Demo, dezidiert links, die gegen die Corona-Maßnahmen war. Und die wurde einen Tag vorher, bevor sie das machen wollten, abgesagt und nicht zugelassen, nicht genehmigt mit der Begründung, man könnte nicht ausschließen, dass da nicht doch irgendwelche AfD-Menschen mit rumlaufen. Wobei am selben Tag zwei Meter weiter eine AfD-Demo war und die wurde nicht gekündigt. Ja, also völlig absurd. Ja, das ist tatsächlich so ein Problem. Das haben wir auch bemerkt, als wir mit dem Hashtag Ich bin Armuts betroffen bei Twitter angefangen haben. Erst haben wir bemerkt, dass von großen linken Accounts überhaupt nichts kam, eine ganze Zeit. Da haben wir, obwohl das Ding schon Reichweite hatte und jeden Tag phasenweise... War das eigentlich Christian Baron, sag mal? Nee, der hat vor ein paar Jahren das schon mal versucht mit dem Hashtag unten. Und der hat ja dann auch viel dazu, hat ja auch Bücher darüber geschrieben und hat ja auch im Freitag Artikel über das Thema verfasst. Ich habe das tatsächlich jetzt hier gerade erst gelesen. Ja, ich habe das noch nicht gelesen. Ich muss das tatsächlich noch nachholen. Ich kann dir das schicken. Du hast es da. Ich habe es durchgelesen. Es ist ganz fresh. Also ich würde mich freuen. Ja, ich schicke dir das. Ja, nice. Geil. Genau, der hat das vor ein paar Jahren schon mal versucht mit diesem Hashtag unten. Das hat aber nicht so gefruchtet, nicht so stark. Es hatte schon mediales Echo, aber nicht so groß. Aber unser, also der Hashtag, den die Kollegin, die Anni, einfach mal aus dem Bauchgefühl gemacht hat, der ist dann durch die Decke gegangen bei Twitter und der war dann tagelang in den Trends und so. Und uns ist dann halt aufgefallen, dass von den großen linken Accounts gar nichts kommt. Und dann kamen so verhaltene, komische Kritiken von so bekannten großen linken Accounts. Also sowas wie, warum nennt ihr euch denn armutsbetroffen? Warum sagt ihr nicht einfach, dass ihr arm seid? Ja, okay, merkwürdig. Weird. Merkwürdig, genau. Und dann habe ich in der Auseinandersetzung mit einigen anderen, mit zum Beispiel so antirassistischen Gruppen gemerkt, dass die da ganz große Vorbehalte haben. Weil, und ich kann das sogar, wenn ich mich in deren Positionen hineinversetze und verstehen, die sehen da hauptsächlich weiße Menschen, die über Armut reden. Und die sagen natürlich, naja, es kann ja sein, dass es bei euch Leute gibt, die in Armut sind, aber die Hauptbetroffenen sind ja wir. Und statistisch gesehen stimmt das ja auch. Also ich glaube, Migrationshintergrund ist immer noch einer der größten treibenden Faktoren. Wir haben ein strukturell rassistisches System, das ist kein Wunder. Ja, ja, und so, aber da wird dann erstmal, da ist da erstmal so eine ganz große Skepsis. So, und ich, wie gesagt, ich kann das theoretisch total nachvollziehen. Nur haben die dann einige dann halt auch irgendwie gezielt Sachen gesucht, um irgendwas anzukreiben bei Leuten von uns. Da hat der eine mal die falsche Formulierung benutzt und du musst halt bedenken, die, die sich bei uns mit engagieren. Das sind keine Leute, die jetzt seit Ewigkeiten schon auf irgendeinem Politikparkett tanzen. Natürlich. Sondern das ist irgendwie, das sind alleinerziehende Mütter, Hausfrauen, Leute, die wie ich ihr Leben lang in so einem Niedriglohn gearbeitet haben und eigentlich sich politisch auch nie übermäßig informiert haben. Ja. So. Und die kommen dann teilweise mit einem, ich sag mal, auch manchmal mit einem etwas holprigen Habitus daher. Die haben einfach nicht den, die haben nicht den feinen Duktus und die benutzen die falschen Basswörter. Und wenn man einmal ein falsches Basswort ist, dann springen alle auf einen Rauch. Das ist klar. Dann hast du Ärger. Wobei richtig draufgesprungen sind sie bei uns nur einmal und da war es sogar so semi-berechtigt. Wir hatten ja ewig lang Probleme mit so Trollen. Die haben wir teilweise immer noch. Wir haben inzwischen gelernt, einfach damit umzugehen, indem wir die meisten von uns die einfach wegignorieren. Also ich blockiere die nicht mal mehr. Ich ignoriere die einfach nur noch. Und diese, das ist so eine richtige Troll-Bubble. Man nennt das umgangssprachlich Sif-Twitter. Ja. Und Sif-Twitter besteht zu großen Teilen aus dieser Drachenlord-Bubble. Ich weiß nicht, wird dir wahrscheinlich was sagen. Ich habe davon mal was gehört. Also ich habe mir tatsächlich noch nie was von dem Reiner und dem Scheiß reingezogen. Ich habe das, ich habe das. Es ist auch einfach viel zu uninteressant. Aber ich weiß, dass das, dass das was ist. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es Menschen gibt, die wirklich ihr ganzes privates Leben auf Rainer Winkler ausrichten. Also darauf, das hat einer mal in diesem, es gibt da diesen sehr guten Podcast. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Von dem Cash Roberus. Der hat ja auch dieses Ken Jebsen-Ding gemacht. Ja, aber auch das würde ich mir schon nicht geben, weil es mich wirklich nicht interessiert. Nö, ist ja auch in Ordnung. Nur um das mal kurz. Ich habe diesen Podcast tatsächlich gehört, weil ich den Jebsen-Podcast gehört hatte. Und der hat halt eine, der Mann, beziehungsweise er und sein Team, das haben ja mehrere Leute gemacht, die sind, die können einen richtig guten Spannungsbogen in ihren Podcasts aufbauen. Ich glaube, den Jebsen-Podcast, den habe ich gehört. Der hieß What the Fuck is... Ja, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Genau. Naja, aber wie dem auch sei, worauf ich hinaus will. Der hatte da ein paar Leute drin, die dann wirklich so gesagt haben aus dieser Drachenlord-Hater-Bubble. Mein Leben, ich komme von der Arbeit und dann läuft bei uns YouTube, wir gucken uns den Drachenlord an. Dann regen wir uns auf beim Essen und dann schreiben wir wütende Kommentare über den. Und was ist... Ich denke mir so, was ist das denn für ein Leben? Was ist das denn für ein Leben? Such dir doch ein Hobby, Mann. Ey, das ist doch furchtbar. Das ist halt einfach... Das ist Mobbing. Das ist das, was in der Schule schon war, bloß besser. Weil mehr Leute... Aber jetzt, wo du das gerade sagst, mit dem Ken Jebsen-Podcast, da hat mir tatsächlich... Der hat mir auch gar nicht mal so gut gefallen. Weil da hat die komplett die materialistische Analyse sozusagen gefehlt. Was jetzt mal wirklich... Also wie kann es soweit kommen mit dem Ken Jebsen? Das kam da nicht gut rum. Das kam da nämlich gar nicht... Ja, das hat mir auch gefehlt. Ich fand, das war eine ziemlich selbstgerechte Analyse, die er da abgeliefert hat. Es war so eine Aufzählung im Grunde dessen, was passiert ist und wie er so nach und nach immer radikaler wurde. Und mir hat auch tatsächlich gefehlt, so ein bisschen dieser sozial-psychologische Aspekt oder zumindest so Theorien darüber, was da bei Jebsen tatsächlich passiert sein könnte. Das stimmt schon, ja. Nichtsdestotrotz, dieses Drachenlordding zeigt so ein paar sehr interessante Verhaltensmuster, sag ich mal. Also da gibt es auch Leute, die wünschen dem Winkler wirklich offen den Tod. Ja, klar. Also so ernst ist das. Das ist ein Hassobjekt, na klar. Und ein Teil dieser Bubble fing dann halt an, unseren Hashtag irgendwie zu torpedieren. Die haben angefangen bei den Leuten, die so Wishlists drin haben. Manche Armuts betroffen haben wie so Wishlists bei Twitter drin, in der Hoffnung, dass jemand sich erbarmt und sagt, naja gut, komm, ich kauf dir da den, weiß ich nicht, den Induktionstopf oder was auch immer da drauf ist. Ja. Ich hab keine drin, weil ich halt immer ganz gut klar kam. Manchmal ist es knapp, aber es funktioniert schon. So. Jetzt haben die damit angefangen, diese Leute zu torpedieren und immer unter dieser Angabe, man wolle ja nur Betrüger aufdecken. So. Und die meisten Leute waren einfach nur Armutsbetroffene, die halt Sachen da auf den Wishlists hatten, die dieser Bubble nicht gepasst hat. Also da hat jemand ein Videospiel drauf, da, wieso hast du da nichts zu essen drauf? Ja, so. In diese Richtung geht das dann. Ja, ja. Das ist eh immer dieses paternalistische von wegen, ja, also ich geb dir jetzt kein Geld, aber ich weiß ja, was für dich gut ist, deswegen kaufe ich dir jetzt was und leg dir das hin. So paternalistisch von wegen, von oben herab, du blöder Penner, du weißt eh nichts, mit deinem Geld anzugehen, deswegen bist du ja auch arm, du weißt nicht, wie man mit Geld umgeht und so. Ja. Und sie haben, also natürlich haben sie als Kollateralschaden sozusagen manchmal wirklich schwierige Fälle da gefunden. So. Überall, wo Leute irgendwie hoffen, was umsonst abzugreifen, findest du auch den ein oder anderen Betrüger. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber diskutieren. Ja, das ist das Internet, ne? Klar. Man findet, man findet alles, wenn man, wenn man lange noch würfelt, findet man auch alles. So, dann kam, dann kam Dezember, da haben sie direkt an Heiligabend gedroppt, dass einer unserer prominenteren Mitglieder eine richtig krasse Nazi-Vergangenheit hat. Ja. So, und ich spreche da jetzt auch offen drüber, weil ich finde, ich halte gar nichts davon, Dinge einfach totzuschweigen. Und da haben sie natürlich, da haben sie natürlich ordentlich, ich sag mal, in so ein Wespennest gestochen. Und auf einmal waren diese ganzen linken Accounts da, die sich vorher nie gemeldet haben, ja? Auf einmal waren die alle da. Und teilweise auch mit diesem, wir haben es ja gewusst, Duktus, ja? Ja, ja. Wir haben es ja gewusst. Naja. Ja, wir haben dann, wir sind dann auch, finde ich, eben in der Nachbetrachtung, ich war damals selber im Plenum, ich habe auch damals selber mitgeredet, habe damals auch das anders gesehen, aber in der Nachbetrachtung sage ich auch selber, wir sind damit nicht gut umgegangen. Ja, wir hätten da gleich viel klarere Worte finden müssen, auch als Reaktion. Aber gut, wie gesagt, wir sind auch alle keine Politik-Profis, ja? Und wir haben auch keine Orga in dem Sinne von, die so hierarchisch organisiert ist, dass man von oben sagt, jetzt macht ihr das und das, sondern wir sind halt einfach so ein loser Verbund von Menschen. Das macht sich dann immer gut, diesen losen Verbund von Menschen in einen Lager zu stecken und die dann alle pauschal fertig zu machen. Ja. Das ist aber, in der Logik von Hierarchien macht das total Sinn und deswegen kommen aber Leute, die in Logiken von Hierarchien denken, auch mit den meisten Dingen in der echten Welt überhaupt nicht klar. Weil nirgendwo in echt funktionieren diese Hierarchien auf die Art und Weise, wie sie sich das wünschen. Das ist quasi die andere Seite, das ist die andere Seite von dem Coin, von den Leuten, die überall eine Verschwörung sehen. Ja, ja, ja. Die sehen überall eine böse Absicht, selbst wenn diese böse Absicht gar nicht emergiert ist. Selbst wenn es sozusagen zufällig ausgewürfelt ist und sie interpretieren das in die Messergebnisse rein, dass es da eine böse Absicht geben sollte oder so. Der Witz ist ja, wenn man das auf die Spitze treibt, sind die Leute, die an Verschwörungsideologien glauben, häufig ja selber aus diesem konservativen Ordnungsspektrum, weil ja nur eine Art von Ordnung, diese Art Machthierarchie, ne, erschaffen kann. Es muss ja eine geben, es muss eine geben, sonst kann man ja gar nicht erklären, wie es soweit kommen konnte. Es muss eine böse Absicht geben und jemanden, der es von langer Hand geplant hat. Ja. Anders geht's nicht. So ist es. Naja, aber in dem Fall tendiere ich tatsächlich auch zu einer leichten Verschwörungstheorie, weil wir haben den, wir haben ihn dann, wir haben den Typen, den Betreffenden natürlich dann auch ausgeschlossen, weil irgendwie erst dachten wir, der will wirklich Nazi-Aussteiger sein. Dann haben sich aber Indizien gehäuft, dass es wahrscheinlich doch nicht so ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee komm, dann bist du jetzt raus. Ja. Und interessanterweise ist er jetzt mit dieser Mobbing-Bubble auf du und du, auf die Leute, die ihn quasi exposed haben, mit denen ist er jetzt ganz dicke. Und da, sag ich mal, da kann jetzt jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Also ein ganz normales U-Bolt, eine echte False-Flag-Aktion. Ist zumindest denkbar. Also ich meine, bei den Piraten hat man ja oft gehört, dass es genau so zugrunde ging, ne? Da sind die ganzen FDPler reingeschwemmt worden und die haben die alle totgekaspert mit ihrem FDP-Face. Ja. Freiheit und so. Ja. Es gibt, ich hab mal im Aufwachen-Podcast einen sehr coolen Audiokommentar gehört. Ich teile, ich bin mir, ich würde den jetzt nicht direkt unterschreiben, aber ich fand den Gedanken interessant. Der sagte nämlich, bei der SPD, der Seeheimer Kreis, das seien in Wahrheit CDU-Anhänger, die die SPD unterwandern. Also ich beobachte zumindest das, was wir, diese Querfront, die wir im Moment Regierung nennen, ne? Da ist 100% völlig klar für mich, die FDP macht genau das. Die benutzen ihre Situation, ihre Position jetzt aus, um alles zu sabotieren, um sich schon darauf vorzubereiten, dass sie danach eh wieder mit der CDU und der AfD zusammenarbeiten. Genau, genau. Die arbeiten ja jetzt schon zusammen im Prinzip, de facto. Sie leaken, sie sabotieren, sie machen alles und tun ihr Bestes, um alles kaputt zu kaspern. Und ja, das ist irgendwie eigentlich offensichtlich, ne? Ja, das sage ich auch immer, das ist, ich sage das immer wieder, habe ich auch schon mehrfach drüber getwittert, das ist Lindner's Strategie, dass er den Staat schwächen will, damit er bei der nächsten oder spätestens übernächsten Legislatur wieder eine rechte Regierung möglich ist, in der die FDP sich dann pudelwohl fühlt. Ja. Ja, das denke ich auch. Sie haben nur Interesse daran, alles, was links ist, zu sabotieren, ist doch klar. Weil sonst würde nämlich so viel Verhalten gar nicht erklärbar sein. Ja, voll. Also eigentlich zum Beispiel ist die Schuldenbremse kein klassischer FDP-Content. Ja, also die FDP ist sonst immer die erste Partei, die sagt, wir müssen investieren, 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 wo es geht. Ja, aber ich dachte immer, den Cashflow, solange wie man ihn umleiten kann, in die Rentiersklasse, dann ist gut. Wenn man es aber umleitet in zum Beispiel Bildung, wo ja die Kohle dann in Schulen versackt und so, das wird ja nicht umgeleitet zur Rentiersklasse, deswegen finden sie es nicht gut. Wenn du aber sagst, Moment mal, wir machen jetzt hier 200 Milliarden Sondervermögen für diesen Krop, dann sagen sie, okay, das ist okay, das finden wir gut. Gut, also überall da, wo sozusagen am Ende ja das direkt bei den obersten Endprozenten direkt steuerfrei reingeht, das ist top. So ist es. So, und nur trotzdem ist vieles von dem, was sie gerade machen, gar nicht so der typische FDP-Content. Und das ist halt das Merkwürdige daran an diesem Verhalten. Und ich kann mir das halt nur auf zwei Weisen erklären. Entweder die sind alle noch inkompetenter, als ich das sowieso schon manchmal annehme, oder die haben einen Plan. Und ich befürchte eher, die haben einen Plan. Die wollen den Staat schwächen. Also was sie sehen ist, dass die Linkspartei am Ende ist. Und sie sehen, dass wahrscheinlich beim nächsten Mal durch den fantastischen Populismus, den die CDU ja jetzt machen kann. Sie scheißen ja auf alles drauf. Sie sind ja nur noch am rumscheißen. Sie machen ja quasi Bild-Zeitung den ganzen Tag. Das heißt, sie gehen schon davon aus, dass es beim nächsten Mal wieder eine schöne rechte Regierung werden wird. Ja, das denke ich auch. Und das ist perfekt, die Grünen zu sabotieren aus ihrer Position heraus. Weil sie halt die ganzen internen Daten da haben. Die sind ja Partner auf dem Zettel. Sie sitzen da und haben die ganzen Geheimnisse im Gremium und so kriegen alles mit. Ja, und das ist tatsächlich, also ich kann es mir halt sonst nur durch Inkompetenz erklären. Und ich sage aber seit der Agenda 2010, also es gibt manchmal Menschen, die meinen, die Agenda 2010 wäre so eine Art Unfall gewesen. So, das sollte eigentlich gar nicht so sein. Das war im Prinzip CDU-Politik, aber die hätte die CDU niemals umsetzen können. Man musste es mit einer linken Koalition machen, damit alle Leute dieses U-Boot fressen. Ja, also die Agenda 2010 hat schon genau das erreicht, was sie erreichen sollte. Sie sollte die Löhne niedrig halten. Das war die Idee. Und es gibt da witzigerweise dieses Zitat von Schröder, wo er noch bei den Uses ist und so selbstgefällig sagt, natürlich bin ich Marxist. Und ich würde fast schon sagen, Schröder hat furchtbarerweise Marx am Ende doch besser verstanden, als uns lieb ist. Er hat ihn nur leider gegen uns verwendet, indem er diese Strukturen nochmal verschärft hat, wo Marx ja immer dafür gewesen wäre, diese Strukturen zu verbessern, statt zu verschlimmern. Jetzt sind wir wieder bei Humann, der würde nämlich sagen, ja, das ist das Sonderbare am Kapitalismus. Der nimmt die größte Kritik, die er finden kann und verarbeitet sie zu etwas Besserem und dann wird er daran wachsen. Ich weiß nicht, ob ich so weit mitgehen würde, dass er daran wächst, wenn dann wie Unkraut vielleicht, wenn wir da schon bei einer Metapher sind. Aber Humann hat natürlich recht, der Kapitalismus nimmt sich alles und formt es nach seinem Gutdünken um. Und was da am Ende rauskommt, ist oft eine Abomination. Das hat dann gar nicht mehr den Ursprungsgedanken. Beispiel New Work, da ist ja Patrick Breitenbach immer noch bei dem Thema drin. New Work ist ein Arbeitskonzept von dem Philosophen Friedhoff Bergmann, der selber lange Berater und so war. Also der kommt halt aus dieser Business-Schiene eigentlich und der wollte einfach ein besseres Verhältnis zur Arbeit. Also dass Menschen eben zum Beispiel keine Arbeit mehr machen müssen, die sich scheiße finden und so. Und die Menschen, die das machen, die werden dann ordentlich entschädigt und so weiter. Und dass es eine positive Arbeitskultur gibt und so. Und das haben dann diese ganzen kapitalistischen Apologeten genommen und haben das einfach mal durch ihre Maschine gejagt und haben das dann verdreht. Und jetzt haben wir heute diese New Work-Scheiße, wo Leute völlig unterbezahlt werden, aber es gibt halt einen Kickertisch im Büro, damit man sich wohlfühlt. Und es gibt diese angeblich flachen Hierarchien, die sich einfach nur darauf beschränken, dass man den Chef duzen darf, was die Hierarchie auch nicht geringer macht. Ja, das ist alles, genau, das ist Greenwashing und so, ne. Ja, das ist im Prinzip wie irgendwie, weiß ich nicht, wenn so aktiv gefrontet wird, dass man jetzt unbedingt überall, was weiß ich, genderneutrale Sprache verwendet und dann aber trotzdem nichts an den Produktionsverhältnissen ändert. Also, das ist einfach, das ist ein Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis, was nichts kostet, fast nichts kostet, aber irgendwie ein Großteil von den Leuten trotzdem irgendwie so, ja, so einlüllt und dann denken die, jetzt passiert was und jetzt sind wir hier progressiv oder so. Ja, also ich sage immer, rein hypothetisch, ich sage nicht, dass das passiert, ich weiß auch, dass wir weit davon weg sind, aber rein hypothetisch kann der Kapitalismus in der Form, wie wir ihn gerade haben, antirassistisch sein. Und auch antisexistisch und so weiter, weil... Und trotzdem Sexismus und Rassismus weiter befördern. Das sowieso, ja, das auf eine Weise schon, aber grundsätzlich kann er das erstmal auf so offensichtlichen, so auf dem Papier ablehnen, weil er weiß, dass auch Frauen Konsumenten und Arbeitskräfte sind und auch People of Color Konsumenten und Arbeitskräfte sind und Transmenschen und so weiter. Also eine Sache wird er nie können, nie. Und das ist antiklassistisch sein, weil ein Grad an Armut die Funktionsweise des Kapitalismus bedingt und Armut musst du irgendwie rechtfertigen und das kannst du halt nur durch Klassismus, indem du Menschen moralisch vorwirfst, dass sie arm sind. Also das Ding ist mit diesen ganzen Nebenschauplätzen, die für uns jetzt als Menschen irgendwie relevant sind, sowas wie, ja, wir wollen hier Geschlechtergerechtigkeit und Rassismus ist blöd und so. Also das erinnert mich, also ich hatte in meinem aktuellen Video jetzt diesen Vergleich, der ist mir da wirklich erst gekommen, als ich das auf den Rekordbutton gedrückt habe. Und zwar bei Twitter jetzt, nee, bei Tinder jetzt. Bei Tinder würde niemand, also ich glaube fast niemand ist da überrascht oder enttäuscht, dass es da immer nur um Sextreffen geht. Also ich glaube wirklich fast die wenigsten hoffen da die große Liebe zu finden. Klingt noch eine einleuchtende These. Klingt von sich jetzt aus. Aber im Kapitalismus permanent findet diese Ablenkung statt, dass Leute irgendwie glauben, ja, grüner Kapitalismus, ja, wir machen Diversity, ja, wir machen hier. Aber es geht nie darum, nie. Das Einzige, worum es geht, ist Kapitalakkumulation. Was anderes ist schlicht nicht relevant. Und irgendwie da fressen die Leute immer wieder diesen Köder. Und ich kann mir das wirklich nur erklären damit, dass die Leute diesen Schulzeffekt haben. Sie möchten ganz, ganz, ganz dringend unbedingt das Hören, dass es jetzt bergauf geht. Dass es jetzt endlich besser wird. Und das nutzt der Kapitalismus, um nochmal auf Fuhlmann zurückzukommen, das nutzt der maximal gut aus. Und spielt die Leute immer wieder mit ihren eigenen Hoffnungen gegeneinander aus. Und permanent werden dann diese Hoffnungen enttäuscht. Dann kommen Leute wieder in so einen Enttäuschungsmoment rein. Und gehen wieder so in so einen Pessimismus von wegen, ja, außerdem, die menschliche Natur ist eh so. Alles Egoistenschweine. Fuck, wir können nichts machen und so. Hauptsache keine Solidarität und so. Aber die Schlussfolgerung, dass das jetzt mal wirklich systemimmanent ist, nein. Ja, das ist, das ist, genau. Das passiert ständig. Ich hatte sogar, ich war ja am Freitag bei Genug ist genug in Bochum und habe ich einen Redebeitrag gehalten und habe dann am Schluss versucht, ich habe da über mich gelernt, dass ich wahrscheinlich meine Punkte da in solchen Podienbeiträgen noch etwas besser setzen muss. Aber gut, dafür lernt man ja auch. Aber ich wollte eigentlich den Punkt machen, dass wir, dass wir im linken Spektrum, wenn die Konservativen bestimmte Kernwerte haben, wie zum Beispiel eine geordnete Gesellschaft, ja, wenn das der Kernwert ist bei Konservativen und die diese auch ständig offen kommunizieren und damit überhaupt kein Problem haben. Ja, da müssen wir auf der linken Seite des Spektrums auch Kernwerte identifizieren und auch lernen, diese offen zu kommunizieren, manchmal auch in, manchmal auch mit Widersprüchen, die das vielleicht mit sich bringt. Und einer dieser Kernwerte wäre zum Beispiel Solidarität. Ja, voll. Und da habe ich dann danach eine längere Diskussion gehabt mit einem, mit einem Herrn, der ist, mit einem älteren Herrn, der ist schon ganz, ganz lange Aktivist gegen Armut und der hat so richtig, der hat so richtig, merkst du, die Hoffnung in die Menschheit komplett verloren. Der sagt, wir sind eh alle Egoisten und mit dem Klimawandel, das überleben wir eh nicht und so. Also der ist schon so lange in dieser Aktivistenmühle, die dann immer so in einem erfolglosen Versuch nach dem anderen mündete, dass der komplett desillusioniert ist. Ja. Da haben die überhaupt kein Problem mehr mit. Das finden die, da ist es gar, da bügeln die einfach drüber. Ja. Und wir zerfressen uns ständig und ich würde sagen, wenn du sagst, Solidarität ist so ein Kernwert, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und das bedeutet insbesondere, dass man auch mit den Leuten, die man überhaupt nicht leiden kann, trotzdem solidarisch sein muss, weil es trotzdem Menschen sind. Was meine ich damit? Ich bin in meinen linken Lifestyle-Linken-Facebook-Blasen drin und wenn da jemand den Klempner hat und der hat eine Thor-Steiner-Jacke, dann schreiben die, dann gibt es sozusagen ein Thread auf von wegen, was mache ich denn jetzt da? Soll ich den jetzt irgendwie blöd anmachen oder den irgendwie prellen oder irgendwas? Ich weiß auch nicht, ich muss den doch jetzt irgendwie hassen. Und dann denke ich mir, naja, aber Moment mal, er ist da jetzt in seiner Funktion als Klempner und er ist sozusagen Teil dieser Stoffwechselkette und er ist Arbeiterklasse. Es geht nicht darum, dass er jetzt Thor-Steiner trägt, sondern man müsste jetzt erstmal das mal kurz ignorieren, dass man da jetzt wirklich ein Problem persönlich auf dieser persönlichen Ebene hat und natürlich, garantiert, ist das ein blödes Arschloch. Aber das ist nicht das Relevante, wenn man Solidarität hat und erstaunlicherweise gibt es ja auch so Lifestyle-Linke, die dann sich hinstellen und sagen, Refugees welcome, aber dabei völlig übersehen, dass sie natürlich auch da durchaus Flüchtlinge reinkriegen, die hochgradig erzkonservative, frauenverachtende Arschlöcher sind. Und diesen Widerspruch, den können sie nicht auflösen, gehen aber dann total in diesen Inkonsistenten, reiben sich da gegenseitig auf und so. Und das ist sozusagen die Schwäche, dass es bestimmte Kernwerte geben müsste, die man im Hinterkopf hat oder haben muss, wenn man anfängt, diese Inkonsistenzen aufzugreifen. Das müsste man machen. Das ist das. Und das im linken Spektrum fehlt das einfach zu sehr. Also wir haben, das siehst du halt gerade auf der politischen Bühne so oft. Ja, es ist einfach gar nicht da. Also ich würde sagen, ich kann es nicht beobachten. Aber es ist natürlich auch so, dass ich wirklich so, ich habe nicht wirklich viel auf das Trieb verloren. Ich hänge hier nur von meinem PC rum. Es kann schon sein, dass wenn ich jetzt immer mal auf einer Demo gewesen wäre oder so, dann würde ich das wahrscheinlich auch beobachten. Mal angenommen, ich wäre jetzt vorm Berliner Tor gewesen bei Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht. 100% hätte ich da übelst viele Leute getroffen, mit denen ich mich richtig gut verstanden hätte. Und soweit ich gehört habe, gab es da tatsächlich nur ganz, ganz wenige Zwischenfälle mit irgendwelchen Faschos, die versucht haben, die Querfront zu bauen und so. Aber trotzdem, die wurden hinterher natürlich groß hoch betont in der Mainstream-Presse von wegen, ja guck da, das war die übelste Schwurbelveranstaltung. Ja, weil es auch so gut, das Ding ist, das habe ich heute witzigerweise gehört im Games-Podcast, das Ding mit einem Hoax ist, der beste Hoax ist der, der schon auf ein Feld gestreut wird, wo es so ähnliche Fälle schon mal gab. Und dann haben die Leute schon im Kopf, ach, das ist wie damals und Glaubens ist. Das ist wie damals, ja. Und hier hatten wir jetzt erst jüngst dieses ganze Querdenker-Ding, wo es ja auch wirklich Fälle gab, wo eigentlich progressive Demos dann gekapert wurden und so. Und anders dann dieses False Flag, die dann von diesen Neurechten, die dann so tun, als wären sie links, aber in Wahrheit sind sie neurechts. Und dann kommen da die ganzen Typen mit ihren Reichsflaggen angefangen. Furchtbar, wie kann man, egal, ja. Und das haben die Leute dann im Hinterkopf und dann kommt halt dieses Wagenknecht-Ding und dann hat man sofort, ach, guck mal, hier Schwurbel rechts Querfront bestimmt. Und dann findet man auch drei Nazis da drauf und dann hat man das Beweis. Es ist halt auch wirklich ein Symptom, weil die, weil sonst macht es niemand. Wagenknecht ist die Einzige, die sich sozusagen die Hände schmutzig macht und irgendwie versucht, Profit aus dieser Situation rauszuschlagen. Weil ich denke tatsächlich, mittlerweile hat die auch ihre eigene Agenda und macht halt irgendwie ihr Influencer-Dasein. Und vor fünf, sechs Jahren hätte man sie wahrscheinlich noch rumkriegen können, sich viel besser und viel sinnvoller zu engagieren. Aber ich glaube, mittlerweile ist die einfach so pisst. Und ich habe auch schon gelesen, dass sie sozusagen die Linkspartei wirklich nur noch auslutscht und irgendwie sabotiert, intern gibt es nur noch Stress. Und da ist eigentlich alles, ist eigentlich vorbei. Die müssen sich jetzt mal scheiden. Also, ich habe bei Wagenknecht, habe ich manchmal den Eindruck, da geht es dann, geht es ab einem bestimmten Punkt ganz viel um Eitelkeit. Ja, voll. Gekränkt, sie ist einfach gekränkt. Und das verstehe ich auch noch. Ja, das verstehe ich auf der menschlichen Ebene auch, weil die hat ihr Leben lang immer wieder versucht, also ich meine, da muss man sich natürlich auch mal ehrlich machen. Kein Mensch geht in die Politik nur für ein Thema. Natürlich auch für das Thema, aber die Menschen, die in die Politik gehen, wollen auch immer, dass sie am Ende selber ganz gut dabei rauskommen. Das heißt, es geht immer auch darum, dass man vielleicht einen Posten bekommt. Und da geht es jetzt nicht nur um die große Politik, das fängt schon auf der Lokalebene an. Keiner will sein Leben lang nur Plakate kleben. Ja, so. Also, egal wie überzeugt du von der Sache bist und wie, wenn die, wenn die Partei oder die NGO oder wofür auch immer du dich engagierst, das irgendwie nicht zu schätzen weißt, was du da machst, dann hast du irgendwann die Schnauze einfach voll. So, und darum auch bei Wagenknecht glaube ich, das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl-Dings, dass da einfach irgendwann nicht genug Anerkennung kam von Seiten der Partei und dass sie dann immer mehr, ja, sich in diese gekränkte Eitelkeit begeben hat. Ja, nicht nur, nicht nur, nicht zu wenig Aufmerksamkeit, sondern die wurde ja eigentlich schon, also in meinen linken Lifestyle-Blasen, wo ich immer da, das war für mich so ein Ausguck, wo ich gesehen habe, ah, okay, jetzt ist wieder, jetzt sind die Bolz hier schon wieder abgelenkt von irgendeinem Scheiß. Und da war 2014 war Wagenknecht schon ein rotes Tuch eigentlich. Ich weiß. Also, es gab 2014 schon unendlich viel Kritik an Sarah Wagenknecht und da war die eigentlich noch relativ entspannt. Ja, und dann hat sich das gehäuft und es gibt in der Soziologie die sogenannte Stigmatisierungstheorie, die sagt, wenn eine Gruppe von Menschen oder auch Einzelpersonen von einer eigentlich superioren Gruppe immer wieder mit bestimmten Merkmalen belegt werden, dann nehmen die diese Merkmale irgendwann auch an. Also, wenn du, da gibt es dieses schöne... Wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin ständig sagen will, du bist ein Fremdgeher, du bist ein Fremdgeher, dann denkst du dir irgendwann ja scheiß drauf, dann bin ich halt ein Fremdgeher, was soll's. Ja, also, da gibt es halt diese schönen Beispiele von dieser Schrottplatzfamilie in irgendeinem US-Dorf. Ja, das ist diese eine Familie, die den Schrottplatz da hat und die sind halt auch Habitus-mäßig so ein bisschen einfach gestrickt und so. Und die ganze Vorstadt-Mittelschicht da sagt immer, immer wenn irgendwer was geklaut hat oder so in der Stadt, das waren doch die. Ja, das waren doch die. Und irgendwann wird das dann wahr und dann werden die Kinder wirklich zu diesen Dieben. Weil, ne, ist der Ruf erst ruiniert und so. Die Leute, warum sollen sie sich da noch anstrengen, wenn sie sowieso immer nur angefeindet werden? Ich hatte mir überlegt, um das Problem mit der Wagenknecht sozusagen zu lösen, wäre, klar, sie macht eine eigene Partei auf, weil dann hätte man diese geile Situation wie in Portugal. In Portugal hat man ja diese Linken, die aber irgendwie was gegen Ausländer haben, die heißen Kommunisten bei denen oder so. Dann hast du Rot, 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 Grün und die machen eine Minderheitenregierung bei denen. Ja, gut, das stößt hier in Deutschland natürlich wieder auf andere Probleme, auf diese Gräben. Also wenn Wagenknecht eine eigene Partei aufmacht, kannst du damit rechnen, dass die die nächsten 15 Jahre oder so von keiner anderen Partei auch nur mit dem Arsch angeguckt wird. Weil erstmal diese Gräben da sind. Ja, aber es hätte, ich denke, es würde trotzdem erstmal was bringen, weil du hast dann eine Wagenknecht-Opposition und du hast eine andere Linkspartei, die nicht Wagenknecht ist. Und es gibt ja sozusagen genau diese beiden Sachen. Es gibt ja Leute, die wählen die Linkspartei nicht wegen Wagenknecht und es gibt Leute, die wählen sie eigentlich nur wegen Wagenknecht. Oder sie sind so frustriert mit der Wagenknecht, dass sie in der Scheißpartei ist, wollen aber eigentlich die Wagenknecht und gehen dann zur AfD oder so ein Scheiß. Ja, ja, das ist sehr gut. Ich meine, bei der Linkspartei sind wir ja eh bei einer Gemengelage. Die Partei hat ja von Anfang an massive Probleme, weil die ganze Idee, dieses ganze linke Spektrum in einer Partei vereinen zu wollen, musste schiefgehen. Eben, eben. Und es gibt ja tatsächlich auch so Teile des linken Spektrums, wo ich selber sage, naja, Leute, das, was ihr so da zusammen theoretisiert, ist schon ein bisschen schwierig. Ja, toll. Und wenn wir dann in manche Bereiche der Außenpolitik gucken, wird es auch schwierig. Aber, also, ich denke, das, was mit der Linkspartei gerade passiert, ist im Grunde dieser notwendige Knall, der eigentlich schon vor zehn Jahren oder so hätte stattfinden müssen. Wenn Wagenknecht da jetzt rausgeht, werden aber tatsächlich auch nicht alle Probleme der Linkspartei behoben sein, weil die immer noch das Problem hat, dass sie den Anspruch hat, die eine Linkspartei zu sein, die für alle linken Strömungen gilt. Und dafür sind die linken Strömungen einfach nicht nur zu unterschiedlich, sondern auch, naja, man streitet sich ja auch ständig in Detailfragen. Ja. Ja, so. Das haben die Rechten auch, also die streiten sich auch gerne mal in Detailfragen, aber immer, wenn es um ihre großen Fragen geht, um ihre großen Werte, dann halten die alle zusammen. Und dann siehst du teilweise auch plötzlich, wie CDU und AfD Händchen halten. Na klar. Ja, und ich fürchte, wenn man da auf dem politischen Parkett nochmal irgendwann was reißen will, dann müssen wir Linken das auch lernen, dass ich dann eben auch mal Händchen halte mit so einer Sarah Wagenknecht, obwohl mir vieles von dem, was sie sagt, gerade gar nicht passt. Ja, bin auch mit einigen ihrer Äußerungen selber nicht immer zufrieden und was sie so zum Ukraine-Krieg zu sagen hat. Ja, es wird halt auch immer schlimmer. Also jetzt wird es sowieso immer schlimmer. Also ich kritisiere das halt auch alles. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es gibt halt in Deutschland vergleichsweise wenige Stimmen, auch mit relevanter Popularität, die sich für dieses Thema soziale Ungleichheit einsetzen. Ja. Also ich kann jetzt nicht alle Leute, die sich dafür einsetzen, einfach mal blind beiseite schieben, weil sie hier mal was Doofes gesagt haben oder da mal was, was mir nicht gefällt. Dann habe ich hinterher gar keinen mehr. So. Also ich meine auch Gregor Gysi hat zuletzt auch viel Scheiße geredet. Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht direkt verteufeln, weil der hat in der Vergangenheit auch sehr viele kluge Sachen gesagt. Ja, wenn man, also das ist ein ganz, ist ein ganz schwieriges Mindset und führt halt dazu, dass es immer kleinere Grüppchen gibt, die sich nur so untereinander vertrauen. Und ja, dann kannst du halt gegen so eine rechte Front, die sich da bildet, im Zweifel immer bildet, wenn es gegen den gemeinsamen Feind geht, kannst du da nicht bestehen. Das ist halt, das ist halt das Problem. Oder ein Problem. Es ist ja nicht so, dass wir nur eins hätten. Ja. Jetzt sind wir ganz schön von Höckskin auf Stöckskin gekommen, wa? Ja, klar. Es ist wie in meinem D&D-Podcast. Da sind wir auch immer, fangen wir irgendwie mit dem Thema an und am Ende reden wir über Pizza oder so. D&D-Podcast? Ja. Okay, also das heißt, du bist ein richtiger, echter Nerd. Ich bin ein richtiger, echter Nerd. So, mit Würfeln jetzt. Mit Würfeln, genau. Das Einzige, was ich mal ein bisschen gemacht habe, war Shadowrun. Ist auch geil. Ich stehe nämlich mehr so auf Laserspärte und nicht so auf Feuerbälle und Magie. Alles gut. Shadowrun finde ich auch geil. Aber Shadowrun ist ein sehr komplexes System. Und D&D ist halt so ein sehr zugängliches System. Gerade die aktuelle Edition. Und ja, mein Cousin und unsere gute Freundin Toshi, wir drei, machen zusammen den... Oh, ich habe mein Handy nicht auf Logos gestellt. Entschuldige. Ganz kurz. Marcel, ich muss direkt auflegen. Ich bin gerade in einer Videoaufnahme. Ciao. Scheiße. Das war unprofessionell. Oh, Marcel ist im TV. Ja, genau. Hier war das mein Cousin, mit dem ich zusammen den Podcast mache. Ich schneide ihn nicht raus. Dann kann er sich daher im Fernsehen sehen. Alles gut. Da hat er, glaube ich, kein Problem. Ich überlege gerade, ob ich mir noch ein Bier hole. Habe ich mir noch ein Bier? Ja, also ich freue mich sehr gerne. Ich fühle mich wohl. Bis gleich. Ja, also diese, die Doktor, Doktor, Doktor Rainer Zittelmann dieser Welt, Live-Coaches, die würden ja jetzt sagen, es liegt nur am Mindset. Ja, ja. Und das Ausbeutersystem, was du dir da herbeifantasierst, ist eine Opfermythologie. Ja, ja. Und weißt du, das ist so, das liebe ich ja. Weil, du weißt, ich habe einen Kumpel, der hat mir mal gesagt, und das war im Abitur, der hat, ich glaube, es war im Abitur oder kurz danach, der hat gesagt, du musst doch nur 5 Euro pro Monat in ein ETF reintun, dann bist du 10 Jahre später reich. Also er hat es mir dann vorgerechnet, so, ne? Mhm, mhm. Ich weiß nicht, ob es damals schon ein ETF war oder irgendeine andere Anlage. Also auf jeden Fall so 5 Euro. Weißt du, das ist so, das war, und dann hat er gesagt, so hier, weniger kippen, aber dafür ETF. Das ist sozusagen, das ist das Mindset, was diese Leute haben. Ja, das ist das Mindset. Und ich glaube sogar, dass es vereinzelte Fonds gibt, wo das so auch stimmt. Aber, ähm, erst mal, grundsätzlich mit diesem ganzen, früher waren es Aktien, irgendwann wurden es ETFs und jetzt ist es Bitcoin. Ja, so. Also diese ganzen Erzählungen rund um diese... Ich glaube, es sind immer noch ETFs. Also, ja, ETFs sind... Weil Bitcoin ist ja viel zu volatil. Ja, ja, ETFs sind auf der seriösen Seite, aber die meisten aus dieser Bitcoin-Blase würden ähnlich argumentieren. Ja, klar. So. So, und, 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 ähm, erstens wird eine Sache sehr gerne dabei unterschlagen, und das ist, das ist eine wirklich harte Sache. Ähm, die wirklich Armutsbetroffenen, da reden wir von 14 Millionen Menschen in Deutschland, haben oft diese 5 Euro im Monat nicht. Nicht, eben, genau. Das ist der, das ist der Punkt, den, den, den der ETF-Fan hier nicht versteht. Aber Dave, weil er, weil er meint... Die rauchen, die rauchen. Ja, ja, die rauchen, saufen und essen jeden Tag-kiloweise Schokolade. Ja, genau. Ähm, tatsächlich ist es, ich würde es so ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, wenn du, wenn du noch ganz jung bist und noch keine anderen Lasten hast und dann kriegst du Bürgergeld oder hast einen Mindestlohn, dann kann das funktionieren. Je weiter, je länger Leute in Armut leben, desto schwieriger wird genau diese Anlage. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Problem. Dann hast du deinen ETF-Fond und dann wird irgendwie, dann ist da schon ein bisschen Geld drin und dann wird irgendwie die Arge darauf aufmerksam. Und wenn da zu viel drin ist, dann darfst du, kriegst du entweder keine Gestütze mehr oder du musst was abdrücken. Klar. Und das ist, also da wird halt auf struktureller Ebene ganz klar versucht, sowas auch schon gar nicht möglich zu machen. Es ist ja, ich meine, es ist ja auch so ein Schneeball-Effekt. Wenn es dir einmal scheiße geht, geht es dir danach. Ja, genau. Also wie bei jeder Krise, der Schaden wird nach unten umgeleitet, die Profite gehen nach oben. Wenn es dir einmal scheiße geht, geht es dir danach noch schlechter und so. Es ist der scheiße Schneeball. Es ist schwierig, nach oben aufzusteigen. Ja. Und auch alle sozialwissenschaftlichen Studien, die sich so seriös damit auseinandersetzen, die sagen, diese soziale Durchlässigkeit in Deutschland hat in den letzten 40, 50 Jahren immer mehr abgenommen. Und die ist heute fast nicht mehr existent. Also heutzutage kannst du mit relativ hoher statistischer Sicherheit sagen, wenn deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern, wenn die reich waren, dann bist du es wahrscheinlich auch. Und wenn deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern arm waren, dann bist du es wahrscheinlich auch. Das wird wirklich inzwischen wie in einer Feudalgesellschaft einfach weitergereicht. Ja, also genau, ich denke auch, das ist das Einzige, was sich vererbt, ist Privileg im Kapitalismus, ist ja klar. Ja. Ich dachte irgendwie so, die letzte Größenordnung, die ich mal gelesen hatte, war, ein Prozent irgendwie aller Doktoren kommen aus Armut. Ja, 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 Arbeiterkinder. Da wird immer, in diesen Studien werden immer Akademiker Kinder. Ja, das heißt, ich bin ein Prozent jetzt. Ich bin der Einzige von den Hundert, ja. Ja, damit bist du ein statistisches Einhorn. Und das ist ja auch klar, weil wenn ich mich umgucke, alle meine Kollegen, das sind alles Dorfkinder. Die kommen alle irgendwie Haus, zwei Doppelgarage und so. Ja, und ganz, ganz oft hast du sogar dieses, dass das Kind sogar den Beruf der Eltern erbt. Also ich habe eine Zeit lang in einer Datenschutzfirma gearbeitet und da haben wir Arztpraxen betreut. Und ich habe es so oft erlebt. Selber Nachname, die ganze Zeit. Ja, ja, der Vater war der Arzt und der Sohn arbeitet dann schon mit ihm in der Praxis, hat gerade sein Studium abgeschlossen oder, ne, und wird das dann irgendwann übernehmen. Ja, ist halt auch safe, ne, klar. Ey, ich habe da auch überhaupt keinen, ist kein Vorwurf an die Leute, die das machen, so auf einer moralischen Ebene. Weil ich, wenn ich, wenn mein Vater nicht abgehauen wäre, hätte ich auch von all diesen Dingen profitiert. Ja. Von diesem ganzen sozialen Kapital und dem kulturellen Kapital, das du da rausschlagen kannst. Hätte ich alle, und es ist nicht, es geht nicht darum, denen das vorzuwerfen. Das sind keine bösen Menschen deswegen. Sondern das ist ein strukturelles Ding, dass halt bestimmte Leute an diese Chancen kommen und andere gar nicht. Und da muss man halt schauen, dass man eine Gesellschaft schafft, in der die Leute halt auch faire Chancen bekommen. Ich habe da auch nicht die Patentlösung für. Ich sage das immer wie Fridays for Future am Anfang. Ich bin auch nur so ein Aktivist. Das ist eigentlich Aufgabe des Staates, dieses Dilemma zu lösen und nicht meine Aufgabe. Ja. Aber erst mal generell schon mal festzustellen, dass wir ein strukturelles Problem haben. Ich glaube, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter und kein individuelles. Also, ich meine, wir reden in Deutschland bei Armutsbetroffenen von 15 Millionen, 14, irgendwas Millionen Menschen. So. Also, da kann man doch nicht mehr ernsthaft davon reden, dass das individuelles Versagen ist. Wenn du 14 Millionen Menschen hast, bei einer Bevölkerung von etwa 80 Millionen, wie viel ist das? Ein Fünftel oder so? Naja, aber es ist auf jeden Fall deutlich, bei 100 wären es ja 14 Prozent. Das heißt, es müssen mehr als 14 Prozent sein. Ja. Also ja, so in die Richtung. Und das ist, da kannst du doch nicht mehr ernsthaft davon ausgehen, dass das alles nur Individualversagen ist. Zumal wir ja auch noch wissen, durch das DIW, und das DIW ist nun wirklich kein linkes Institut, dass die ganze untere Hälfte der Bevölkerung keinerlei Eigentum besitzt. Also, die haben eventuell ein altes Auto vor der Tür stehen. Sonst haben die nichts. Ja. So. Und dann muss man sich doch klar machen, dass wenn wir jetzt von quasi der halben Bevölkerung reden, dass das Ding mit dem individuellen Versagen doch irgendwann mal ausgelutscht sein muss. Also, sonst haben wir halt 40 Millionen Versager in Deutschland. Naja, also, ich habe immer mal den Eindruck, dass diese rechten Talking Points einfach so, die funktionieren deswegen. Weil sie intuitiv bestätigend sind. Ja. Also, man denkt sich halt zum Beispiel, naja, okay. Also, wenn ich jetzt einen Artikel habe und der Preis für den steigt, dann haben ja die Hersteller, also jetzt bei der BWL oder so, da haben ja den Anreiz, mehr davon zu produzieren. Und wenn der jetzt sinkt, dann weniger. Und deswegen muss die Supply-Curve so monoton steigend sein. Und andersrum, wenn jetzt irgendwas sehr günstig wird, dann kaufen mehr Leute das und so. Und deswegen muss das irgendwie fallend sein und dieses Gesetzmäßigkeit und so. Und daraus, Schlussfolgernd, überlegen wir uns mal, können wir daraus eine Preisteorie bauen. Und dann können sie das nicht. Also, das ist mathematisch nicht konsistent. Und fangen dann aber an, rumzumorkeln. Und ich nenne das Schwurbeln, weil was sie machen, ist Schwurbeln. Und ich denke, schlechte Soziologie zeichnet sich immer durch diesen Schwurbelcharakter aus. Sie postulieren was und gucken dann nicht, ob sie es irgendwie messen können. Sie probieren es gar nicht erst zu falsifizieren, sondern sie lassen es einfach gleich so stehen und sagen, ist doch klar, Arme sind einfach selber schuld, weil guckst du dir doch an. Und dann hast du am Ende sogar eine selbsterfüllende Prophezeiung. Richtig. Weil es ja auch noch zusätzlich um diese ganzen tatsächlich lebensnotwendigen Sachen geht, dass dann auch noch da wirklich Existenzen dran kleben. Also, es ist ja nicht mal eben sowas wie, ich schwurbel jetzt hier rum über den Fußballklub und den und den Spieler da, sondern es geht halt wirklich um, wenn ich diese Aussagen treffe und immer wiederhole, dann wirkt sich das auch auf diese betreffende Gruppe aus. Ja. So ist das. Und wir hatten ja gerade, du hattest ja gerade so schön dieses Ding mit dem Opfer-Narrativ eingebracht. Ich muss ja sagen, die Gruppe, die ich beobachte mit dem größten Opfer-Narrativ, Ja, ich auch. Das sind nicht die Armen. Nein. Das sind die Gottverdammten Rechten. Die die ganze Zeit rumheulen wegen Steuern und so. Die Rechten und Vermögenden. Ja, vor allem. Also, nee, von keiner, das war doch jetzt gerade wieder, war doch in Aufwachen jetzt, wo sie diesen Beitrag auseinandergenommen haben, wo diese ältere Dame, die jetzt Hauseigentümerin ist. Ach, das habe ich gesehen. Ich war da live. Ich habe den ganzen Scheiß, ich finde das so scheiße, diese Boys, dass die jetzt immer irgendwie mittags anfangen zu streamen und ich dann immer gerade zufällig auch noch Zeit habe und den ganzen Tag bin, schwutsche und irgendwie nur am Prokrastinieren bin und mir dann das nochmal reißen. Ich habe das live gesehen, ja. Das war so eine Edelfräulein, ne? Ja, ja, das war so eine etwas distinguierte, das ist ja in der oberen Mittelschicht in Deutschland relativ üblich lange gewesen, dass man sich dann auch so gibt, als sei man wirklich reich. Ja, und Stefan hat es ja dann auch schon so gut gesagt. Sie haben sich eine rausgesucht, haben da bei der Gemeinschaft gefragt, hier habt ihr eine, die dann auch das so machen würde und vor der Kamera genau diese Talkin-Quins wiederholen würde und so. So, und das ist das, weißt du, dann sitzen diese, dann hast du diese Leute und dann sitzt da so eine ältere Frau, die hat Eigentum, die hat sehr wahrscheinlich auch Geld irgendwo und die hat Rücklagen, davon gehe ich aus, so. Kann natürlich auch sein, dass ich falsch liege und in Wahrheit ist alles ganz knapp bei ihr, aber statistisch gesehen unwahrscheinlich. Und die sitzt da und sagt sowas wie, ich weiß es wörtlich nicht mehr, aber die sagt irgendwie sowas wie, ja, ich habe schon lange aufgegeben. Und dann denke ich mir so, als jemand, der hier wirklich auf 30 Quadratmetern lebt und von einem scheiß Niedriglohnjob in den nächsten gejagt wurde, ach Gott, mach mal ein bisschen mein Leben und dann reden wir nochmal, wie problematisch es ist, da eine Heizung auszutauschen. Ja, ähm, ich sage übrigens auch, aus Solidaritätsgründen und weil wir diese Wärmewende schaffen müssen, ja dann subventioniert den Bums doch bitte einfach. Ja, auch für die, auch für die reichen Edelpüppis habe ich überhaupt kein Problem mehr. Sollen Sie machen, das ist überhaupt nicht das Problem. Das hat ja, die Gesellschaft hat ja was davon. Die Gesellschaft hat ja was davon, dass allen Leuten jetzt diese scheiß Energiewende finanziert wird. So ist es. Und da bin ich auch immer so ein bisschen bei Maurice Höfgen, der sagt, wenn es brennt, hol einfach, brauchst du nicht die Pipette holen, sondern hol gleich den Feuer, den Schlauch und fang einfach an. Und dann brauchst du nicht über irgendwie, ähm, wie über Gießkanne oder so reden, sondern versuch erstmal den Brand zu löschen. So, und wir haben hier, wir haben hier einen Brand mit der Klimakatastrophe, die uns bevorsteht. Also da ist Brand sogar noch eine schwache Metapher für das, was da kommen kann. Ja, so. Und, und, und darum sage ich ja, dann subventioniert ihr das bitte. Nehmt ihr doch einfach, ich meine, ich will das auch auf so einer empathischen Ebene auch gar nicht kleinreden, die hat wahrscheinlich Sorgen deswegen. So, dann nehmt ihr doch ein Stück dieser Sorgen, subventioniert ihr das, ermöglicht ihr diese Wärmepumpe. Aber trotzdem, auf der anderen Seite, das größte Opfernarrativ findest du in diesen Bereichen. Bei diesen Menschen, jetzt gerade wieder auch heute gesehen, ich gucke ja den Bums nicht, aber irgendwer teilt ja immer dann Sharepics bei Twitter da. Julian Reichelt hatte in seiner Sendung die, wie heißt sie, diese Turn und Taxis, die ernsthaft sagt, ja, das ist, das ist so eine, so Bagatelladel, deutscher Bagatelladel, also die hat da auch so ein Gut und ist relativ wohlhabend und dies und das. Und, 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 die, die so ernsthaft sagt, Bagatelladel, Reichtum und so, der Staat will uns verarmen. Und ich denk mir so, Alter, wie viel größer kann dieser Opferbaum denn bei euch noch werden? Ja, und vor allem, weil, also es ist ja, wenn wir was beobachten können, ist das dann, dass der Staat genau das eben nicht will. Der Staat möchte, also er macht Politik für die, für die Rentiersklasse. So ist es. Also dieses Sprichwort, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, ist eine, einfach nur eine, eine Art vulgäre Übertragung von genau diesem Prinzip, dass, 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 der Staat halt immer versuchen wird, genau diese Leute noch zu alimentieren, weil da auch wieder ideologische Narrative hinter sind. Weil die haben lautesten Heulen. Der hört die halt am meisten. Die haben eine Lobby auch. Die haben eine Lobby. Also deren Geheule kommt halt an. Die haben eine Lobby. Meine Leute, also die Leute, für die ich Aktivismus mache, haben keine Lobby. Wir sind gerade ein bisschen dabei, uns sowas in der Art aufzubauen. Aber sowas so richtig, also klar, sowas wie den Paritätischen gibt es noch, ne? Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit sowas wie die Familienunternehmer oder. Ja, es gibt doch jetzt demnächst, ist nicht irgendwie jetzt um den 1. Mai, äh, überall alle möglichen, äh, Streiks angesagt, also alle, ja, ja, ja. Auch so irgendwie zusammen, also Freitag, die ganzen Gewerkschaften und so, und auch die ganzen anderen grünen Bewegungen hier, Extinten Rebellien und so, und sie machen alle Stress, ne? Also das, was letztes Jahr so als heißer Herbst angekündigt war, kommt jetzt im Grunde ein bisschen zeitversetzt. Es kommt jetzt ein, äh, es kommt jetzt sozusagen ein heißer, heißer Frühjahr. Ja, das finde ich auch wirklich angebracht, weil 1. Mai ist genau der richtige Tag dafür. Ja, ja, und der muss auch mal wieder diese Bedeutung kriegen. Das Problem beim 1. Mai war ja, dass der lange eingepreist war, weil da wussten schon alle, ja, da kommen die Punks, dann saufen die wieder, dann fliegen hier so ein paar Bierdosen durch die Gegend. Mülltonnen werden angezündet und so. Ja, und die Polizei wusste das, und die Punks wussten das, und die Bürgerlichen wussten das, und alle wussten das, und das war irgendwie, also kein, hatte keinen demokratischen Mehrwert mehr. Also ohne, dass ich das den Leuten unterstelle, die da hingegangen sind, aber so, das Ding war halt so eingepreist. Und wenn das wieder Bedeutung bekommt, ähm, dann hätte man halt auch so einen jährlichen Tag, wo man wirklich auf diese Probleme aufmerksam machen kann. Und das ist, glaube ich, schon viel wert. Es ist ja ein, äh, ist ja ein echter anarchistischer Feiertag. Mhm. Ich wusste das lange Zeit gar nicht, dass mit diesem Hey Market Riot und so, und dieser False Flag Aktion, dass die da die Anarchisten quasi, äh, plattgemacht haben. Und denen dann hinterher diese Bomben, äh, in die Tasche geschoben haben und so. Mhm. Ja, ich bin, ich, 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 ich frag mich, ich frag mich immer, ob es da mal so ein, ob es da mal so ein, so ein anarchistisch angehauchten Typen gab, der zu seinem Chef gegangen ist und uns gesagt hat, du, ich hab Feiertag, ne, morgen. Ich bin nicht da. Ich mein, gut, der erste Weih ist ja eh ein Feiertag. Aber, wir wissen ja auch, in vielen Branchen gibt's keine Feiertage. Gastronomie zum Beispiel. Äh, ja, Mensch. Moment, lass mal. Ja? Tee eingießen. So. Ja. Ja, ich zocke immer, ich zocke nur LOL eigentlich. Ich auch, aber nur Aram. Okay. Und ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin überhaupt nicht gut. Ähm, ich hab das Glück, mit der Toshi mitzuspielen, die das schon irgendwie seit immer spielt. Also, ich glaub, die hat das schon gespielt, bevor es das Spiel gab. So, kommt mir manchmal so vor. Na gut, ich mein, ich hab vorher Twitter 1 in Warcraft 3. Das war die Funmap. Die haben alle gezockt und so. Ich weiß. Da hab ich aber noch Hardcore Warcraft 3 gespielt. Da war ich noch überhaupt nicht für diese Funmaps zu haben. Das war so casual für mich. Mhm. Ich bin erst 2014 oder so, als ich so alt war, dass ich gemerkt habe, ich kann kein Warcraft 3 mehr spielen, weil ich irgendwie eine Stunde brauche, um warm zu werden. Dann bin ich aber schon wieder müde, weil ich zu alt bin und irgendwie frühmorgens aufstehen muss und so ein Scheiß. Und dann hab ich gesagt, okay, dann machst du jetzt LOL, weil das ist Eierschaukeln. Das ist easy. Ja, und das ist ja auch, denn so ein Match ist dann auch in einer absehbaren Zeit vorbei und so, ne? Man kann das ganz gut einplanen. Ja gut, das kannst du bei Warcraft 3 auch. Aber Warcraft 3 war halt einfach viel intensiver. Ja, ja, ich weiß. Was man machen muss, so. Ich hab das, ja, ich hab das, ich hab ein bisschen Starcraft immer gespielt, hab da so eine lose Idee, wie das im Multiplayer, also ich hab das mit Freunden mal gespielt. Und das war lustig, so lange, bis der eine anfing, das so immer mehr zu professionalisieren. Ja, ja, ja. Und dann fing er halt an, in diesen Metas zu spielen und dann konnten wir alle keine Chance mehr, weil ich bin halt der Typ, muss ich leider sagen. Aufbauzeit. Ja, ja, und vor allem bin ich der Typ, ich will am Ende mit meinen 20 Trägerschiffen da rumfliegen. Natürlich. Und ich möchte nicht so eine Ideale. Du willst nicht ständig gestört werden. Und ich möchte vor allem nicht so eine komische Meta-Armee, die perfekt angepasst ist auf das, was der Gegner da gerade gebaut hat und so. Alles cool, ich will das gar nicht generell kritisieren, wer daran Spaß hat. Ja, der Multiplayer ist auf jeden Fall eine andere Welt. Also ich erinnere mich, damals, ich hatte dieselben Gefühle bei C und C2. Das hat mich auch genervt. Der Multiplayer war einfach viel zu dolle. Dann immer mit den scheiß Terror-Drohnen in die Laster da rein und so. Und ey, das ist alles furchtbar. Ja, also es ist nicht so. Aber Competitive ist halt schon, also, weißt du, das ist der Grind. Das ist halt, wenn man, wenn man, übrigens, ich finde, wir als Gesellschaft jetzt, ja, wir verschwenden übelstes Potenzial, weil wir diese Boys, die jetzt irgendwie mit 16, so wie ich damals, vor den Rechner setzen, sie könnten ja, also eigentlich, ich denke so, mit 16 hat man übelst den Anreiz, so richtig dolle zu gründen für sozialen Status. Man würde alles dafür tun. Man würde unbedingt sich in die Gesellschaft einbringen und dann zurückgespiegelt bekommen, dass man ein supergeiler Typ ist. Das schafft unsere Gesellschaft nicht. Und die Boys setzen sich vor den Rechner und lösen die ganze Zeit komplizierte Optimierungsprobleme nur, damit sie in irgendeiner Tabelle irgendeine Zahl haben, neben ihren Namen stehen. Das ist so lächerlich, was für eine unfassbare Ressourcenverschwendung, auch einfach soziale Ressourcen, die da verschwendet werden. Und dann hast du, also ich meine, das ist so dumm. Ein Freund von mir tatsächlich, das ist eine ganz, ganz bittere Geschichte. Der hat vor ein paar Jahren Selbstmord begangen und der Pastor hat in der Trauerrede gesagt, dass er vor seinem Tod noch irgendwie Weltranglistenerster bei irgend so einem relativ unbekannten Game war. Dass er das, also offenbar, das klingt für mich, ich weiß es jetzt nicht, ich hatte leider die letzten Jahre gar keinen Kontakt mehr zu ihm, aber für mich klingt das so ein bisschen so, als hätte er das noch erreichen wollen und dann hat er sich, dann hat er Schluss gemacht, weil dann war auch nichts mehr da, wo er irgendwie hätte hinstreben können. Und das war auch so, auch so jemand, der, der ganz ähnlich wie ich, wir haben uns dann damals quasi auseinandergelebt, weil er leider auch in so einen Drogensumpf gefallen ist, in so einen richtig harten, also halt nicht mal eben hier mal abends einen Joint rauchen, sondern die richtig harten Sachen. Und dann war der auch, ging das einfach nicht mehr. Ja, aber das war auch so jemand, der einen Bildungshintergrund auch hatte, so, also wo du gemerkt hast, der passt eigentlich nicht in dieses Klischee-Bild von Armut. Der hätte, der könnte genauso gut wie ich heute an meiner Stelle hier sitzen, so. Und der war auch, ist auch vom Arbeitsamt von Maßnahme zu Maßnahme geschickt worden, irgendwelche Lager, wo er dann arbeiten sollte und dies und das. Und du hast immer gemerkt, der ist da furchtbar unzufrieden und unglücklich mit, weil er einfach andere Begabungen hatte. Und ja, da hat er sich halt am Ende, hat er das beendet irgendwann. Und das ist das. Du suchst dir dann deine Anerkennung in irgendwelchen Spielen. Oder meine, ich habe ja mal eine Theorie gehabt, auch zu Verschwörungsleuten, dass das Menschen sind, weil ich habe das häufig, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich habe das häufig erlebt über World of Warcraft und so, da trifft man leider ein bisschen häufiger so Verschwörungsleute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist halt sehr populär. Ja, ja, ja. Und je länger man im Internet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit ausgesetzt ist. Aber auf jeden Fall habe ich da mich auch viel mit solchen Leuten auch mal unterhalten, weil mich mal interessiert hat, wie sie überhaupt dazu gekommen sind. Und das waren selten Leute, die irgendwie selber arm waren oder sowas. Und waren meistens Leute, die sehr repetitive Jobs hatten, irgendwo als Beamter oder so. Und meine Theorie ist, dass die bei ihrer Lohnarbeit erst mal nicht ausgelastet sind und dann auch so wenig Anerkennung bekommen, dass die irgendwann in so einen Kaninchenbau reinrutschen, wo dann so pseudologische Zusammenhänge... Ja, natürlich. ...den Leuten zu erzählen, ich habe hier den Plan, ich habe hier die Informationen. Ich kann mich schmücken mit Informationen von jemand anders, weil ich habe den gefunden und der hat eine übelst krasse Story und das hat ja auch so einen Entertainment-Charakter und so. Und dahinter steckt immer die böse Absicht und dieses Narrativ der Hierarchien und das ist irgendwie, das ist auch so ein Ding. Das ist ein echtes Dogma, das mit den Hierarchien. Leute denken ganz zwingend in diesen Hierarchien und ich sehe das auf beiden Seiten. Ich sehe das bei den Rechten wie bei den Linken auch. Also eigentlich alle verfallen ständig in diese Denkmuster, die ihnen dann... Ja, aus denen kommen sie dann auch nicht mehr raus. Ja. Also zum Beispiel, jetzt ganz blödes Beispiel. Ich sehe zum Beispiel kein Problem damit, sowohl Waffen in die Ukraine zu liefern, als auch sich dafür stark zu machen, dass man irgendwie versucht, noch Diplomatie zu betreiben. Ja. Und da würde ich sagen, das ist schwierig für viele Leute zu verstehen, weil sie irgendwie in so einen festgefahrenen Hierarchien denken, dass es gar nicht anders geht. Man kann nur das eine machen und nicht das andere. Dabei sehe ich permanent, dass Länder, die ja Hierarchien sind, sich die ganze Zeit komplett ambivalent verhalten. Ja. Die machen permanent mehrere widersprüchliche Dinge gleichzeitig. Und da ist es überhaupt kein Problem. Und hier auf einmal bei dieser einen Stelle, da werden alle so aufgewiegelt und sehen auf einmal nicht, dass das möglich sein kann. Wir sagen, für ein konkretes Beispiel, wir sagen immer wieder, ja, Menschenrechte wichtig, dies, das. Gleichzeitig haben wir aber auch in der Vergangenheit viel problematischere Waffenlieferungen gemacht, nämlich in irgendwelche Krisengebiete, wo man wirklich nicht mehr weiß, ob das Gewehr nicht später in den Händen von irgendeinem Taliban ist. Und da sind diese Widersprüche. Also ich fand diesen, den hast du garantiert auch gesehen, den Andreas Zumacht bei Thilo. Ja, ja, ja. Der ist großartig gewesen. Also abgesehen davon, dass er irgendwie zwei Stunden lang nur die krassen Storys gespittet hat, wen er alles irgendwo getroffen hat und so, hat er aber sonst auch natürlich nur basierte Sachen erzählt eigentlich, der Mann. Was ja. Der nennt sich ja auch selbst Pazifist eigentlich, oder? Ich glaube, ja. Müsste es nochmal. Ja, ja, ich denke schon. Aber das ist halt das Ding, was viele auch nicht verstehen. Auch so ein Thomas Wiegold, der bei Thilo auch immer Stammgast ist, dieser Militärexperte. Ich glaube nicht, dass Thomas Wiegold Bock auf Krieg hat, obwohl der dir sehr viele Sachen erzählen kann, wie genau die Panzerhaubitze da funktioniert und so. Da sind so Differenzierungen, die kriegen viele irgendwie nicht hin. Also Funfact, ich behaupte sogar, die meisten Soldaten haben keinen Bock auf Krieg. Ja, so, weil, weil du, also eigentlich gehen die Leute, wenn sie zur Bundeswehr oder so gehen, die gehen zur Bundeswehr, weil sie hoffen, dass sie da irgendwie eine Zeit lang ihr sehr stabiles Ding haben soll. Du kriegst halt einfach Kohle und wenn es Glück, wenn es gut läuft, musst du nichts dafür machen. Kriegst Kohle, wenn du Glück hast, kriegst du noch irgendwelche Abschlüsse, Zertifikate, du kannst das und kannst dann auch noch relativ sehr, sehr gut wieder ins zivile Leben Staaten, wenn du nur Zeitsoldat warst und kein Berufssoldat. Und in den Staaten sieht man es ja am allermeisten. Da gehen wirklich nur die Ärmsten von den Armen, lassen sich einfangen von den... Weil sie da Stabilität haben. Weil sie da Kohle kriegen, ja. Sie kriegen Geld und sie haben ein stabiles Umfeld, wo sie genau wissen, also ich meine, ich persönlich finde das furchtbar. Da kommt Job ein bisschen an und sagt, räum dein Zimmer auf und dann sagen die, okay, mach ich. Ja, ja, ich meine, ich finde das furchtbar, jeden Morgen irgendwie um sechs Uhr mit einer Trompete geweckt zu werden, aber das muss ja offenbar besser sein, als die, Zustände, aus denen sie kommen. Und schon begeben sie sich freiwillig in so ein Hardcore-hierarchisches, ich meine, Militär ist ja nochmal die Zuspitzung des Hierarchischen, in so ein Hardcore-hierarchisches System und unterwerfen sich da einem Staat. Aber ich sage, ich glaube sogar, da sind die meisten nicht wirklich geil auf Krieg. Nee, aber... Auch selbst... Wo du das gerade sagst, noch kurzer Einwurf, die Sache mit dem Unterwerfen sich der Hierarchie. Ich denke gerade, Leute, die wenig mentale Kapazitäten übrig haben, machen das natürlich sehr gerne, weil sie damit ja jegliche Verantwortung von sich abgeben können. Sie sagen einfach, ja, ich mache einfach das, was du sagst, das wird schon richtig sein. Ich habe hier auch nur positive Gruppenvibes, ich kriege Bestätigung dafür, alle finden das gut und ich muss nicht mal meine Rübe dafür anstrengen, ich muss einfach nur alles über mich ergehen lassen und es ist super. Womit man trotzdem... Also mentale Kapazität muss man jetzt vorsichtig bewerten, jetzt ist ja gerade wieder so eine Studie rumgegangen und die ganze rechte Bubble, also da ging es irgendwie auch wieder um Zugangsvoraussetzungen und so weiter und dass halt zu wenige Leute irgendwie aufsteigen und so weiter, dies, das. Und was hat die rechte Bubble gemacht? Ja, bei Armen und bei Armen ist ja auch der IQ niedriger. Ja, warte, stopp, mentale Kapazität ist ein eigenes Wortschiff. Ich weiß, ja, ja, ich will nur, ich möchte nur dieses Missverständnis von vornherein ausräumen. Also das ist so ein Trick, auch so ein Selbstrechtfertigungstrick, weil da im Umkehrschluss das ja bedeutet, wir sind ja nur erfolgreich in dieser Gesellschaft, weil wir klüger sind als der Rest. Natürlich, also klar, rechte argumentieren übelst gerne mit IQ. Ich weiß, das ist, ja, was soll man machen? Die Tatsache, dass man für einen IQ-Test lernen kann. Ja, ja, also du kannst... Ich weiß nicht, was das soll, also warum die Leute darauf, also warum die daran glauben. In dem Moment, wo ich dafür lernen kann, war es das für mich. Da ist das meiner Meinung nach eine schwachsinnige Metrik. Das ist genau das Gleiche wie Abiturprüfung. Das ist einfach lächerlich, das zählt nicht. Genau, du kannst die Muster erlernen. Genau, so. Und dann ohne, teilweise, also es gilt nicht für jede Aufgabe, aber teilweise sogar ohne die Aufgabe an sich verstanden zu haben. Indem du einfach immer wieder... Also ich sag dir mal so, GPT-4 hat garantiert ein IQ von 8 Millionen. Oder was? Also, das ist doch völlig klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil das einfach nur etwas, einfach nur nach die Vorgaben sozusagen erlernt. Ja, so. Also, immer wieder die gleichen Muster. Da gibt es doch nur um Pattern Recognition. Also, bei diesen logischen Rätseln immer nur das Muster erkennen, die Korrelation sehen, extrapolieren und dann weiter. Und das ist genau das, was diese Bild... Also, GPT-4 kann ja jetzt auch Bildsprache. Das heißt, es ist gar kein Problem für das Viech. Das kann das super schnell. So, und dann gibt es noch eine andere Kritik an den IQ-Tests. Nämlich, dass die von westlichen Wissenschaftlern für westliche Gesellschaften gemacht wurden. Also, auch unter westlicher Ideologie und Einflussnahme und so. Also, ich will nur grundsätzlich sagen, dieses... Weil wir ja gerade bei diesem Thema waren, dass gerade besonders oft Arme sich oft ins Militär begeben in den Staaten. Und, dass das jetzt nicht zwingend heißt, dass die dumm sind. Das heißt nur, dass... Die sind einfach sehr bedürftig. Das heißt, genau. Die sind sehr bedürftig. Also, sie sind erstmal strukturell abhängig. Und das heißt, was die... Das heißt höchstens, dass sie nie Zugang zu bestimmten Formen von Bildung hatten. Also, bestimmte Werkzeuge, die an die Hand bekommen haben, um überhaupt potenzielles... Ja, das wäre auch ein geiles Wort geworden. Potenzielles Potenzial. Um überhaupt Potenzial abzuschöpfen, das sie haben. Also, egal, wie hoch dein IQ ist, das bringt dir gar nichts, wenn in deinem Umfeld das nicht gefördert wird. Vor allem in den Staaten, wo ja die Schulen abhängig vom Einkommen der Einwohner gefördert werden. Das heißt, wenn du in einem armen Stadtteil bist, hat die Schule halt einfach keine Kohle. Ja. Ja. Also, da ist in den USA wird ja eigentlich alles nochmal auf die Spitze getrieben. Ja, die sind komplett sich selbst überlassen da. So, und das ist... Also, in einigen... Da muss man immer in die einzelnen Bundesstaaten gucken, dies, das wissen wir alles. Aber in vielen Orten in den USA sind die Armen einfach sich selbst überlassen. Und ich meine, das siehst du ja auch an diesen Dingen wie diesen Trailerparks und so, wo dann schon fast eine ganze Kultur draus geworden ist, wo es dann ja sogar auch so ein Äquivalent zu so einer Nomadenkultur gibt von Menschen, die da wirklich von einem Ort an den anderen pilgern. Und das sind aber nicht wie bei uns hier in Europa, wenn wir an sowas denken, denken wir an die Roma und Sinti, die das aber auch schon in ihren kulturellen Wurzeln seit Jahrhunderten haben. Nein, das ist bei uns, das in den USA sind das, ist das dieser sogenannte White Trash. Ja, voll. So nennt man die Leute da. Also, die keinen Wert für die Gesellschaft haben und die in den letzten etwa 100 Jahren dieses kulturelle Ding entwickelt haben und dann da irgendwie von einem Ort zum anderen pilgern und dann sind sie wieder auf dem Park, dann werden sie da vom Sheriff weggejagt und dann fahren sie zum nächsten. Ja, die, und das ist ja der Witz, ne, und auch die glauben, dass irgendwie Trump den Sumpf trocken legt und dass Tucker Carlson für sie spricht und die leben in, ja. Ja, die glauben auch an Hierarchie, die glauben daran, dass sie einen guten König brauchen, der sie regiert, ne, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Ja, voll. Und, ähm, das, also, klar, ne, dass, dass, dass du Leute mit struktureller Macht brauchst, um strukturelle Probleme zu beheben, bin ich ja der Erste, der sagt, ja klar, so, also, ich kann, ich kann die Probleme der Welt nicht beheben, aber wir haben eine, zumindest für die Probleme Deutschlands, hätten wir theoretisch eine Bundesregierung, die viele Probleme beheben könnte. Offensichtlich haben wir eine Regierung und sie könnte im Prinzip regieren, sie könnte, äh, so Regierungssachen machen, so Gesetze und so. Ja, aber ich möchte trotzdem, äh, nicht, dass jetzt, keine Ahnung, irgendein, ähm, äh, irgendein linker Diktator kommt und hier mal aufräumt, ja, so, bloß nicht. Und, aber da, da gibt es, bei diesem sogenannten White Trash, gibt es diesen Glauben, ne, dass man sich irgendwie so ein, dass, dass man so eine Art rechten Herrscher braucht, der hier einmal durchfegt und dann ist wieder alles gut. Ähm, und die erkennen einfach nicht, dass es gerade die Rechten sind, die sie in dieser Lage halten. Ja, voll. Die davon profitieren, dass sie keinen Zugang zu nichts haben und dass sie noch irgendwie, ähm, die Löhne niedrig halten und weil keiner will da enden. Und vor allem, das sind ja auch, also ich meine, selbst die haben diesen, diesen Spruch gefressen von wegen, ja, die da oben machen, was sie wollen. Ja, ja. Die da oben sind kriminell und, äh, die beuten uns nur aus und irgendwie merken sie, dass sie ausgebeutet werden und trotzdem, gehen sie dann trotzdem dieser Tinder-Logik nicht auf den Leim und der Nächste, der ihnen den Happen hinwirft, den nehmen sie dann wieder. Sie wollen dann doch wieder die große Liebe auf Tinder finden. Ey, das ist echt eine gute Metapher. Ja. Die ist mir, also, wie gesagt, die habe ich gerade erst entwickelt, ich habe das Video dazu auch gerade erst sozusagen aufgenommen, wo ich das, das ist eigentlich super. Das ist eine super, ich muss die jetzt, ich werde die nur noch nehmen, diese Tinder-Metapher. Die passt auch super, ich kann das sogar auf mein eigenes Verhalten projizieren, als ich jünger war, denn als ich jünger war und immer wieder in den nächsten Job gespült wurde, bin ich wirklich in jeden Job so reingegangen. Und dachtest, jetzt machst du Karriere. Jetzt habe ich nochmal die Chance, genau. Jetzt musst du aufsteigen. Jetzt werde ich hier irgendwie, dann habe ich mich da noch kaputt gehasselt, um irgendwie Teamleiter oder sonst was zu werden und hast du nicht gesehen. Und, ähm, das genau, diese Tinder-Metapher mit der großen Liebe, die trifft es. Ja, das ist super, oder? Ja, und eigentlich wollten sie, wollten sie nur meinen Körper und seine Arbeitskraft, ja. Ja, voll. Ja. Ja, und das ist... Marx, der alte Pimp-Lord, hat wieder zugeschlagen. Ich habe so schöne Karl-Marx-T-Shirts, ich habe eins, da ist er drauf mit so einer, mit so einer, war mit so einer Lederweste und so einem Revolver und dann steht da Matt Marx, the Class Warrior. Ja, ja. Ach ja. Ja, Mensch, wie sieht's denn aus? Ja, ist, äh, wir haben auf jeden Fall schon zwei Stunden gequatscht oder so. Ja, ich würde auch langsam gerne Schluss machen wollen, weil ich muss morgen auch wieder früh raus. Ich habe ja heute gelernt, erster Tag in der Umschulung, ja, ich habe heute gelernt, Dezimalzahlen in binär umzurechnen und umgekehrt. Das hätte ich wahrscheinlich auch googeln können, aber es war nie die Dokumentigkeit dazu. Also, da gab es garantiert ein YouTube-Video, was dir das in drei Minuten erklärt. Ja, aber war trotzdem interessant und war auch nochmal ein ganz spannender Einblick, wie so ein Computer eigentlich denkt, in Anführungszeichen. Also, zumindest ein binärer Computer. Wir sind ja wahrscheinlich irgendwann davon auch weg, wie ich schon so wahrnehme, aber... Es gibt ein paar Alternativen, ne? Also, es gibt so, äh, es gibt einmal den klassischen Quantencomputer und dann gibt es aber auch, äh, technisch gesehen sowas wie optische Computer. Die sind auch eigentlich Quantencomputer, bloß auf einer anderen, äh, auf einer anderen Abstraktionsebene, weil es halt Licht ist, in dem Sinne. Und nicht irgendwelche Q-Bits. Äh, aber die können sowas auch, ne? Ja, aber, äh, ich denke, ich denke das Problem, dass wir, ich denke, es ist nicht ein Problem, dass wir in binär leben. Äh, es wird interessant, wenn wir irgendwann, äh, vielleicht so eher Bio-Kybernetik machen und dann so richtig Fuzzy Logic verwenden für, äh, für konkrete Bausteine. Das wäre, das wäre mal interessant. Aber ich denke, bevor wir das machen, simulieren wir das, äh, bevor wir das machen, simulieren wir das ersten Programm. Also, die dann trotzdem, äh, intrinsisch binär sind, weil das eigentlich nicht das Problem ist. Rechenleistung ist nicht das Problem. Also, heutzutage ist das nicht das Problem. Computer werden erstmal berechnen. Die werden computen, den ganzen Tag. Das ist das, was sie tun. Ja. So, Dave. So, machen wir. Schluss jetzt. Mensch, ja, ich danke dir, äh, für diese Plattform. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und... Wir sehen uns bestimmt mal bald wieder bei, äh, bei den Boys im Twitter. Ja, ich, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Dann, ja, äh, vielen Dank, äh, und ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Nacht oder Abend, je nachdem, wann ihr das schaut. Genau. Nachdem. Mach's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020